Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur 14. Vorlesung Nano im Wintersemester 2021-2022 zu einem weiteren Video. Hochgeladen wird es morgen am 10. Dezember 2021 und wir sind schon tief in der Vorlesung, aber ich hänge immer noch ein bisschen fest bei den Gesetzen der Nano-Welt. Ich gehe ja hier vor nach diesem populärwissenschaftlichen Buch, was ich 2013 veröffentlicht habe und da gibt es diese Kapitel, was eine sehr sinnvolle Gliederung ist und ich wollte einfach ein bisschen mehr noch über die Gesetze der Nano-Welt als normalerweise, als in der letzten Vorlesung bringen, weil es da ein paar sehr interessante Neuentwicklungen gibt und das will ich in dieser Doppelstunde noch weiter fortsetzen. Hier also nochmal das, was ich bisher gemacht habe. Wir haben also eine ganze Menge hier, das ist alles Gesetze, Gesetze, Gesetze. Ich gebe zu, es ist ein bisschen lang, aber das ist wirklich faszinierend, muss ich sagen. Und wir machen heute als Fortsetzung vom letzten Mal, da habe ich Schrödinger Gleichung, also mathematische Werkzeuge, ein bisschen erklärt, was hat es denn mit der Mathematik eigentlich auf sich. Dann die Unschärferelation und die Drehimpulsquantisierung, da gibt es ja zwei Quantisierungen des Drehimpulses, einmal nach der Größe des Drehimpulses, also wie viel Drehimpuls, also Drehgeschwindigkeit mal Masse oder sowas ist das, wie viel Drehimpuls so ein Elementarteilchen zum Beispiel hat. Das ist quantisiert, also im Vielfachen von 1,5 h quer oder auch 1 h quer, wenn es um den Bahndrehimpuls geht. Und dann diese noch eigenartigere Richtungsquantisierung, Drehimpuls, wenn er das, die kleinste Einheit ist ein halb h quer, der Eigendrehimpuls, der Spin vom Elektron, der kann nur in zwei Richtungen stehen. In zwei Richtungen bezogen auf irgendeine definierte Achse im Experiment, auf eine Z-Achse. Und da gibt es nur ab und da, nun fertig. Das ist schon wirklich sehr merkwürdig. Aber jetzt wird es noch schlimmer, jetzt kann man noch über verschränkte Zeichen, da geht es eigentlich um zwei Elektronen und die eigenartige Kopplung dieses Spins, die Verschränkung bei zwei Elektronen, die vertikal oder senkrecht auseinanderfliegen. Und das tun sie, die Elektronen selber fliegen nicht mit Überlichtgeschwindigkeit, aber die Verschränkung ist scheinbar überlichtschnell. Und darüber will ich heute berichten. Also hier nochmal meine Detailgliederung von diesem langen Kapitel über die Gesetze der Nanowelt. Heute Nanowelt, also heute EPR, Paradoxon, Einstein, Podolski, Rosen und die Quantenteleportation. Teleportation, weil es scheinbar zeitlos oder instantan oder jedenfalls mit zigfacher Überlichtgeschwindigkeit geschieht. Und das machen wir heute. Das ist die Grundidee. Also das ist eine Idee von Albert Einstein, Boris Podolski und Nathan Rosen. Und das stammt aus einem Artikel im Physical Review, das ist so eine Fachzeitschrift von 1935. Die These ist, bezogen auf die physikalische Realität von diesen drei Forschern, die waren eigentlich so ein bisschen gegen diese Quantenmechanik mit diesen Wahrscheinlichkeitswellen. Und dass man keine konkrete Aussage machen kann, was an einem einzelnen Experiment geschieht. Also wo wird das Elektron im nächsten Augenblick sein? Das ist ja die Behauptung Quantenmechanik. Ich kann nur so eine verschwommene Wellenfunktion angeben. Wahrscheinlich ist es da, aber vielleicht auch da mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit da. Aber ich kann nicht genau sagen, wo es ist und dass diese Realität, wo es genau ist und welchen Impuls es in diesem Augenblick genau hat, dass die gar nicht existiert. Das ist die Aussage der Quantenmechanik. Es gibt keinen scharfen Impuls und es gibt keinen scharfen Ort, sondern das Elektron ist eine Welle. Und erst wenn ich den Impuls messe, kriege ich zwar einen scharfen Messwert, aber den kann ich nicht vorhersagen, sondern nur mit so einer Wahrscheinlichkeit. Aber tatsächlich, das ist die Meinung dieser drei Forscher gewesen, Ort und Impuls eines Teilchens sind scharf in der Wirklichkeit außerhalb unseres Bewusstseins. Wir können es nur nicht messen. Und das ist die Idee, die man auch nennt, die verborgenen Variablen. Also wir können es einfach nicht messen, wir sind zu dumm oder unsere Apparate sind zu schlecht. Und deswegen müssen wir mit diesen verschwommenen Wellenfunktionen der Quantenmechanik arbeiten. Quantenmechanische Wellen haben deswegen nach der Meinung dieser drei Leute, oder es war ihre These, also Einstein hatte noch ein bisschen eine andere These, aber das führt jetzt zu weiter, die Unterschiede zwischen den drei Forschern herauszuarbeiten. Auf jeden Fall haben sie ein sehr wichtiges Papier mit einem Gedankenexperiment publiziert. Und die Idee war eben zu zeigen, dass das nicht stimmen kann, dass Ort und Impuls eines Teilchens nicht doch scharf sind. Und deswegen ein genialer Ansatz eines Gedankenexperiments, was heute seit einigen Jahrzehnten tatsächlich durchgeführt werden kann. Ja, und das hat eben sehr erstaunliche Ergebnisse. Aber gehen wir erstmal auf dieses Gedankenexperiment von damals. Also die Idee war, quantenmechanische Wellen beschreiben nur unsere Unkenntnisse, haben aber sonst keine Realität. Konsequenz, die Quantenmechanik ist normal, ein Teilchen wie ein Elektron oder ein Proton, das ist ein kleiner Ball und der hat natürlich eine bestimmte Geschwindigkeit und zu einem bestimmten Zeitpunkt ist er auch an einem genau definierten Ort, so fertig. Das heißt, sie ist normal und lokal. Lokal heißt, es ist ein Punkt, also so ein Elementarteilchen und der wechselwirkt mit irgendwas anderem, indem er damit zusammenstößt. Das heißt, es ist an Ort und Raum, Raum und Zeit gibt es also eine Wechselwirkung, in dem lokal, also direkt, also wie ein Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen und sonst merkt das eine Fahrzeug von dem anderen eben nichts. Es gibt keine spukhafte Fernwirkung. Dieser Begriff wird dann heute nochmal ein paar Mal auftauchen. Hier steht es nochmal. Keine spukhafte Fernwirkung. Ausdruck von Albert Einstein. Vorschlag von EPR, also als Abkürzung für die drei Nachnamen der Forscher für ein Gedankenexperiment, dass die Ortsimpulsunschärferelation, deswegen musste ich die letztes Mal erklären, damit man überhaupt versteht, worum es jetzt geht, und jetzt geht es eben um Überlichtgeschwindigkeit und das finde ich schon ganz schön motivierend, muss ich sagen, dass die Ortsimpulsunschärferelation, also eine der Grundsäulen der Quantenmechanik, die folgt ja aus dem Wellencharakter der Teilchen, aushebeln soll. Jedenfalls, ja, die Ortsimpulsunschärferelation. Es gibt noch mehr Unschärferelation, aber jetzt geht es erstmal um die Ortsimpulsunschärferelation. Und das kann man ja verstehen über die Fourier-Transformation. Wenn ich den Ort scharf mache, dann muss ich den Ort durch so ein Wellenpaket in der Wellendarstellung erfassen, also es ist dann ein schmales Gauss-Paket, und je schmaler das ist, wenn ich das Fourier-Transformiere, umso breiter ist die Verteilung der ebenen Wellen, aus denen ich dieses Wellenpaket zusammensetze. Das gilt für alle Wellen, also ganz normale Wellentheorie, Fourier-Transformation, nur dass eben Ebenewellen, die haben verschiedene Wellenlängen, und die Wellenlänge ist der Impuls des Zeichens. Das heißt, je schmaler der Ort definiert ist, umso enger muss ich den Ort mathematisch durch so ein Wellenpaket, das immer schmaler wird, darstellen, umso breiter wird in der Fourier-Transformation die Zusammensetzung dieser ebenen Wellen, aus denen ich mir mathematisch dieses Wellenpaket zusammengesetzt denken kann. Und je breiter diese Wellenlängenverteilung von ebenen Wellen ist, umso breiter ist die Impulsverteilung, weil die Wellenlänge eben der Impuls ist von der ebenen Welle. Das ist ein Problem. Also so kann man sich zumindest diese Unschärferelation verständlich machen. Wenn man die Fourier-Transformation verstanden hat, die muss man natürlich dazu verstanden haben. Aber das hat nichts mit Quantenmechanik zu tun. Fourier-Transformation ist eine Zerlegung von irgendwelchen Wellen nach Frequenz. Zum Beispiel habe ich ja bei einer Steho-Anlage so einen Frequenzgang, meinetwegen von 20 Hertz bis 15 Kilohertz, und nur wenn all diese Frequenzen vernünftig übertragen werden, kriege ich eine gute Musikqualität. Da hat man eigentlich den Gedanken der Fourier-Transformation im realen Leben. Ich brauche alle Frequenzen, um ein Musikstück, was ein beliebiger Wellenzug ist, mit hohen Tönen und niedrigen Tönen, zusammensetzen. Okay, also, was ist das Gedankenexperiment? Das zeigen soll, dass die Ortsimpuls- und Schärferelation nicht mit der physikalischen Realität übereinstimmt, sondern nur unser Unwissen beschreibt. Folgende Idee. Wir haben eine Quelle, in der präpariere ich zwei Teilchen, das können zwei Photonen sein oder zwei Elektronen, in einem sogenannten Singulett-Zustand. Also die beiden Teilchen mögen Elementarteilchen sein, Photonen in Spin 1, oder die Elektronen haben Spin 1 halber, das hatte ich erklärt mit der Spin-Quantisierung, die Elektronen sind Fermionen, die haben genau in Spin 1 halber, Haquer, und die Photonen haben Spin 1, das sind Bosonen. Also jedenfalls klassisch gesehen drehen sie sich, und sie werden aber, zwei von diesen Viechern, so präpariert in der Quelle, dass ihr Gesamtspindel ist. Und das ist alles, was ich weiß. Ich weiß nicht in dem Experiment, in der Quelle, in der Präparation, da weiß ich nicht, wie die beiden einzelnen Spins orientiert sind, und die Quantenmechanik würde ich sogar sagen, es gibt gar keine einzelnen Spins, weil ich es nicht so präpariert habe, sondern ich präpariere sie in einem Zustand, in dem ich weiß, sie haben entgegengesetzten Spinnen. Das kann ich zum Beispiel mit Teilchen-Anti-Teilchen-Erzeugung machen. Ich nehme ein hochenergetisches Photon und lasse das in der Nähe eines Atomkerns, da muss die Impulsbilanz noch ausgeglichen werden, deswegen brauche ich da einen Atomkern in der Nähe, und da gibt es Paar-Erzeugung. Da wird ein Positron und ein Elektron erzeugt. Und alles, was ich weiß, ist, die fliegen senkrecht auseinander, das ist hier dargestellt, das Teilchen- und Antiteilchen in diesem Fall, fliegen also senkrecht auseinander, das ist so in diesem Experiment, es gibt aber noch andere solche Teilchenpaare. Ich kann es auch mit zwei Photonen machen. Das ist ein bisschen ein anderer Trick, den die Laserphysiker anwenden können, die können auch zwei solche Photonen herstellen. Das ist nicht Photon und Antifoton, weil das Photon ist ein eigenes Antiteilchen, aber sie sind eigentlich entgegengesetzt, indem sie entgegengesetzt auseinanderfliegen, hier gezeigt, und sie werden in einem Singulär-Zustand erzeugt. Das heißt, dieses Dublet von zwei Teilchen hat im Ursprung in der Erzeugung keinen Drehimpuls. Drehimpuls ist null. Aber die Photonen selber, die erzeugt werden, haben natürlich einen Drehimpuls, weil Photonen und Drehimpuls gibt es nicht. Und das bedeutet, wenn ich aus einem System, was vorher keinen Drehimpuls hat, und plötzlich zwei Teilchen habe, die dann einen eigenen Drehimpuls haben, dann müssen diese beiden eigenen Drehimpulse entgegengesetzt sein, aufgrund der Drehimpulserhaltung. Wenn es vorher null war, muss es hinterher auch wieder null sein. Das heißt, wenn sich das eine Zeichen mit seinem eigenen Drehimpuls links rumdreht, dann muss sich das andere Zeichen rechts rumdrehen. Okay, das ist also das Gedankenexperiment. Ich schieße sie mit entgegengesetzten Spinnen los. Also ich weiß nur, ich weiß nicht, in welche Richtung der Spinnen zeigt, aber ich weiß, er muss entgegengesetzt sein. Ich habe es jetzt hier so gezeigt. Das eine sah also Spinnen ab hier in dieser zweidimensionalen Darstellung und das andere Spinnen dauernd. Also es könnte dreidimensional natürlich auch nach rechts zeigen, also in die Tafel-Ebene rein. Dann muss das andere mit seinem Spinnvektor, also Drehimpulsvektor, aus der Tafel-Ebene rauszeigen. Also es muss entgegengesetzt sein. Wo es hinzeigt, weiß ich erstmal nicht, bevor ich das nicht messe. Also entgegengesetzter Spinnen, das aber jetzt erstmal beim ursprünglichen Experiment nicht wichtig war, denn im ursprünglichen Experiment, später geht es dann nur noch um die Spins, also den richtigen Experimenten, die heute durchgeführt werden, in dem Gedankenexperiment ging es aber erstmal um die Ortsimpulsunschärferelation. Und da ist es so, wir wissen, dass auch, es gibt ja auch diese Impulserhaltung, dass der Impuls, wenn der vorher Null war in der Quelle, die beiden Teilchen werden erzeugt in einem System, was in Ruhe war. Dann fliegen die senkrecht auseinander und dann muss aufgrund der Impulserhaltung auch der Impuls genau entgegengesetzt sein. Das heißt, die Geschwindigkeit der beiden Teilchen, wenn sie die gleiche Masse haben, muss genau gleich sein. Sie fliegen also mit genau der gleichen Geschwindigkeit, das wissen wir aufgrund der Impulserhaltung, auseinander. So, ja, also fliegen auseinander, so wie hier gezeigt. Sie haben also entgegengesetzten Impuls und zu einem bestimmten Zeitpunkt wissen wir dann auch, das kann man auch aus Schlussfolgerungen, Impuls ist der gleiche, dass sie sich mit der gleichen Geschwindigkeit entfernen. Das heißt, nach einer Sekunde sind sie meinetwegen einen Meter entfernt, das linke Teilchen, dann muss das rechte Teilchen auch einen Meter entfernt sein. Das heißt, auch der Ort ist genau symmetrisch entgegengesetzt. Das ist die Ausgangsposition. Einfache Anwendung von den Erhaltungssätzen, Drehimpuls und Impuls und der Ort folgt daraus, dass der Impuls der gleiche ist. Da muss eben zu einem bestimmten Zeitpunkt die Entfernung von der Quelle die gleiche sein. So, das ist die Präparation in diesem Gedankenexperiment. Und den Spinnen blenden wir jetzt mal aus. Der war in dem ursprünglichen Paper von 1935 nicht der wesentliche Punkt, denn da ging es um die Ortsimpuls-Unschärferelation. Was machen wir jetzt in dem Gedankenexperiment, in dem ursprünglichen, um die Orts-Unschärferelation, Orts-Impuls-Unschärferelation auszublenden? Folgendes, Ortsmessung am linken Zeichen. Also ich habe das Experiment, meinetwegen, ich schieße mit dem Laser auf irgendwas drauf und dann kommen da zwei Photonen raus oder zwei Elektronen, die genau im Gegensatz fliegen und ich messe jetzt am linken Zeichen meinetwegen den Ort. So, nach so und so viel Zeit. Ja, kann ich ausrechnen, wo es ist, wenn ich weiß, wie schnell. Also da ist es jetzt. Zack, Ort gemessen. Ort, beim rechten Zeichen ist dann in diesem Augenblick scharf. Der war ja vorher vielleicht nicht so scharf wegen Wellencharakter und Quantenmechanik und so, aber jetzt habe ich es gemessen. Zack, habe ich es in einen Eigenzustand, Formanismus der Quantentheorie, Eigenzustand des Ortes überführt. Es ist in dem Augenblick, wo ich es nachweise, da ist es. Also ich könnte einfach einen Schirm aufstellen. Also Schirm, da prallt es auf, gibt einen Lichtblitz, da weiß ich, da war es gerade. Okay, ich habe also den Ort gemessen. Dann kann ich dieselbe Messung wiederholen. Also ich habe den Aufbau, da habe ich meinen Quellbereich und irgendeinen Trigger, der meine beiden Teilchen erzeugt, also meinen Laserpuls auf irgendwas draufschießen, fliegen zwei Teilchen senkrecht auseinander, mache ich nochmal. Das sind dann zwei andere Teilchen. So mache ich das ganze Experiment nochmal und messe jetzt aber den Impuls am rechten Teilchen. Also beide Male am rechten Teilchen. Ich würde es eigentlich lieber am linken Teilchen messen und dann am rechten gucken, aber es geht jetzt so hier auf der Folie, erst mal am rechten gucken. Jetzt messen wir am rechten Teilchen in einem zweiten Experiment, das ist ein anderes Teilchen, messen wir jetzt den Impuls. Also wir gucken, also es kommt rausgeflogen und Impuls ja konstant, ich kann irgendwo in bestimmten Abständen den Impuls messen, aha, der Impuls ist so und so groß. Das ist eine bestimmte Masse, sagen wir mal, es hat 20.000 Kilometer pro Sekunde drauf, so ein Elektron und messe also den Impuls. Okay, das heißt, durch diese Messung ist jetzt der Impuls beim rechten Teilchen scharf. Ich kann also, ich kann also beim rechten Teilchen einmal den Ort messen und dann beim nächsten Mal beim anderen Teilchen den Impuls. So und jetzt folgende These, wir gucken jetzt auf das linke Teilchen, da haben wir gar nichts gemessen. Wir haben nur am rechten Teilchen einmal den Ort und an einem anderen wiederholten Experiment an einem anderen Teilchen den Impuls gemessen. These, und das ist die, die Grundthese kommt aus der allgemeinen und speziellen Relativitätstheorie. Die beiden Viecher fliegen ja, also wenn es Photonen sind, mit Lichtgeschwindigkeit auseinander oder wenn es Elektronen sind, mit hoher Geschwindigkeit. Wir sind so weit auseinander, da ist keine Zeit für eine Wechselwirkung. Wir wüssten auch als Physiker nicht, was für eine Art Wechselwirkung das sein sollte. Also, die These ist, das linke und das rechte Zeichen, nachdem sie dann ein Stück auseinandergeflogen sind, beeinflussen sich nicht. Kann man sich auch gar nicht vorstellen, wie das sein sollte. Ja, jetzt kann ich aber am rechten Zeichen den Ort messen und dann ist der Ort scharf. Dann muss in diesem Augenblick am linken Zeichen der Ort auch scharf sein. Das linke Zeichen weiß aber gar nicht, dass ich am rechten Zeichen was gemessen habe und die beeinflussen sich ja nicht nach dieser These und dann muss also tatsächlich am linken Zeichen der Ort auch die ganze Zeit scharf gewesen sein. Das ist die Idee, weil das linke Teilchen weiß ja nicht, dass ich rechts gemessen habe. Wie soll das gehen? Also muss im Prinzip jenseits des Formalismus der Quantentheorie in der wirklichen Realität der Impuls und der Ort, das gilt genauso für den Impuls, muss der Ort und der Impuls ja doch scharf gewesen sein. Also, ich habe ja nur rechts gemessen und das linke Teilchen weiß ja nicht, dass ich rechts gemessen habe. Und da ich sowohl Ort als auch beim nächsten Mal den Impuls messen kann, die Teilchen aber nicht wechselwirken, muss am linken Zeichen die ganze Zeit, das ist so ontologisch, also, das heißt ontologisch, also so eine Vorstellung von unserer Realität. Die Realität existiert außerhalb unseres Gehirns und da passiert was, was mit uns jetzt nichts zu tun hat. Das passiert unabhängig davon, ob wir hingucken oder nicht hingucken. Wir haben also rechts gemessen und links muss aufgrund der Erhaltungssätze dann beides scharf sein. Da also das linke Zeichen, vielleicht kann ich es so formulieren, da also das linke Zeichen nicht weiß, ob ich rechts den Ort oder den Impuls messe, muss am linken Zeichen unabhängig von der Messung rechts immer zu jedem Zeitpunkt Ort und Impuls tatsächlich scharf sein. Sonst geht das nicht. Und das basiert auf der Annahme, dass linke und rechte Teilchen beeinflussen sich nicht. Also Schlussfolgerung von EPR. Ort und Impuls müssen am rechten Teil eigentlich entgegen dem Formalismus Ort-Impuls-Unschärferelation der Quantentheorie müssen eigentlich gleichzeitig scharf sein. Ja, das ist nicht so. Also diese Schlussfolgerung ist falsch. Sie ist falsch aufgrund der Quantenteleportation. Die tritt tatsächlich ein. Zumindest sehen wir Effekte, die das bestätigen. Also Fehler laut Quantenmechanik in diesem Gedankenexperiment, was ja versucht, die Orts-Impuls-Unschärferelation auszuhebeln, also anzunehmen, dass Ort und Impuls tatsächlich unabhängig von unserem Wissen tatsächlich immer scharf sind. Also es ist doch ein lokaler Quantenpunkt mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Wir wissen es bloß nicht. Diese Ansicht ist falsch. Der Fehler in diesem Gedankengebäude hier liegt darin, liegt in der Annahme, dass sich die Zeichen links und rechts nicht beeinflussen. Sie beeinflussen sich doch. Ja, aber wie? Wie beeinflussen die sich? Also das ist jedenfalls die Antwort. Das ist diese Entanglement, diese Verschränkung. Verschränkung. Also hier verschränkte Zeichen entgegensetzter Spinnen, entgegengesetzter Impuls, entgegengesetzter Ort und sie beeinflussen sich doch. Die quantenmechanisch korrekte Beschreibung, die heute mit Experimenten auch tatsächlich bestätigt wurde, ist, wenn ich hier messe am rechten Zeichen, wird der Zustand am linken Zeichen instantan verändert. Das ist der Kollaps der Wellenfunktion in der Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik und der geschieht nicht lokal. Das heißt, es gibt kein Problem mit beliebigen Abständen, das können jedenfalls in der theoretischen Physik, in der Realität konnten wir das jetzt noch nicht überprüfen, nicht Jahre sein und es kostet keine Zeit. Instantan. Das ist die Interpretation. Muss man natürlich mit Experimenten belegen. Das ging damals nicht und es war auch gar nicht der Punkt, dieses Instantane oder so zu beweisen, sondern es war ein Ansatz, diese Ortsimpuls und Schärferelation auszuheben. Man wollte gar nicht mit dem Kollaps der Wellenfunktion da arbeiten. Das war gar nicht die Intention, jedenfalls nicht von Boris Podolski und Nathan Rosen. Albert Einstein hatte Probleme mit dieser Geschwindigkeit der spukhaften Fernwirkung. Das war ein bisschen eine andere Fragestellung. Aber eigentlich ging es in dem Paper um die Aushebelung der Ortsimpuls und Schärferelation. Was wir heute für ein Problem haben, ist, dass dieser Kollaps der Wellenfunktion wie der überhaupt vor sich geht, wie man den einbetten soll in den Rest unserer Auffassung von der Natur und in welcher Geschwindigkeit er vor sich geht. Ja, scheinbar mit Überlichtgeschwindigkeit. Also jetzt in die heutige Zeit, es geht nicht mehr um die Ortsimpuls und Schärferelation. Das war sowieso, ich gehe vielleicht nochmal zurück, war sowieso, da gibt es einen konzessionellen Fehler, war man ja beim rechten Zeichen in diesen beiden Experimenten nicht am selben Zeichen gleichzeitig Ort und Impuls misst. Also dann ist es sowieso falsch, weil man das Experiment wiederholen muss. Nur in dieser Kombination mit den beiden Teilchen wechselwirken nicht miteinander, kann man das in zwei Schritten hintereinander an zwei verschiedenen Teilchen paaren machen. Also da ist eigentlich an der anderen Stelle auch nochmal der Wurm drin. Also so kann man die Ortsimpuls und Schärferelation sowieso nicht aushebeln. Jedenfalls innerhalb des Gedankengebäudes der Quantenmechanik. Also das ist sowieso fehlgeschlagen, aber in dieses Gedankenexperiment führte eben weiterhin dazu, dass man sich mit dieser spukhaften Fernwirkung und da geht es dann meistens um Spins, doch nochmal näher beschäftigt hat. Also das eigentliche Paradoxon, um das es heute so intensiv geht, nach wie vor, man hat sich daran gewöhnt als Physiker, ich habe das auch gelernt, als ich Physik studiert habe, ja, wir fliegen auseinander und das messe ich da, schnackt die Wellenfunktion zusammen und das andere Zeichen hat dann auch einen anderen Zustand, das geht eben mit Überlichtgeschwindigkeit. Wenn man das oft genug wiederholt hat, dann denkt man sich, na, das wird schon schlimm. Ja, aber ich dachte, als ich das studiert habe, damals als Student, dass sie das doch um Gottes Willen mal lösen werden, weil das kann ja nicht mit Überlichtgeschwindigkeit gehen, das kann eigentlich überhaupt nicht mit irgendeiner Geschwindigkeit gehen, eigentlich kann es überhaupt nicht gehen, sondern muss irgendwas anderes sein und ich dachte bis heute, das ist ja hoffentlich irgendwie gelöst, also ich habe nicht in dem Gebiet gearbeitet, mache ja was anderes, ich mache Nanopartikel und dachte mir, das werden sie wohl hinkriegen jetzt dann nach so und so vielen Jahren. Wie viele Jahre sind das denn? Ja, also 35 war das und heute haben wir 20, also 85 Jahre hatten die Theoretiker und Experimentatoren Zeit, das Problem zu lösen. Ich werde mal darstellen, wie weit die Physik heute ist. Also das ist nochmal die Idee hier, jetzt mit einem schwarzen Hintergrund, damit möchte ich andeuten, jetzt wird es ernst. Also wir haben hier eine Quelle von zwei Teilchen, typischerweise Teilchen, Antiteilchen oder zwei Photonen, wie gesagt, Photon ist ein eigenes Antiteilchen, die mit einem Spinn Null, Gesamtspinn erzeugt werden und alles was wir wissen ist, die beiden Teilchen fliegen senkrecht auseinander aufgrund der Impulserhaltung, Impuls war auch vorher Null und sie haben entgegengesetzt einen Spinn aufgrund der Drehimpulserhaltung, weil sie als Paar erzeugt werden. Zwei Teilchen mit einem Eigendrehimpuls, Elektronen oder Photonen, ja, also die haben einen Eigendrehimpuls, jedes einzelne Elektron ein Halbha quer, Photon ein Ha quer, aber in der Entstehung wissen wir, Summe ist Null, also sie kommen aus einem sogenannten Singlet-Zustand, das kann ich irgendwie präparieren. So, am Quellpunkt in einem Singlet-Zustand präpariert, Gesamtspinn Null, streben vom Quellpunkt in entgegengesetzte Richtung, Impulserhaltung. Die beiden Teilchen sind verschränkt, englisch enttangelt, das kommt durch die Messung, also ich bringe ja durch die Messung, Formalismus der Quantenmechanik, ein System in Eigendrehimpuls, und der Eigenzustand, in den ich es am Quellpunkt gebracht habe, ist Gesamtspinn der beiden Teilchen Null, Gesamtimpuls der beiden Teilchen auch Null. So, und die fliegen dann also, weil Null ist, genau senkt recht auseinander, ich weiß noch nicht mal in welche Richtung, aber ich kann ja einfach nur die Teilchen aussortieren, die gefälligst in die Richtung der Detektoren fliegen. Also ich habe ja irgendwo Detektoren aufgestellt, die müssen dann schon dahin fliegen, sonst die anderen Teilchen, die woanders hinfliegen, die berücksichtige ich nicht, die fliegen eben weg. So, also ich gucke mir jetzt nur die Teilchen an, die wenigstens in die richtige Richtung fliegen, und aufgrund dieser Präparation in diesem Zustand, weiß ich also, Impuls entgegengesetzt, Drehimpuls, Summe Null. So, und jetzt ist es so, dass in dem quantenmechanischen Formalismus, wenn ich jetzt nur ein Zweig, meinetwegen den nach rechts angucke, dann ist das ein unpolarisierter Teilchenstrahl. Der Teilchenspin kann sonst wo hin zeigen, es ist einfach unpolarisiert. Für den Teilstrahl, wenn ich am linken Teilchen nichts mache, gilt, es ist ein unpolarisierter Strahl, ich kann mir den Spinn angucken, aber kommt jedes Mal ein anderer Wert raus, weil es unpolarisiert, das heißt, ich kriege eine Menge Teilchen, die kommen angeschwürt, und jeder Spin zeigt in irgendeine andere Richtung. Okay, unpolarisiert, als hätte ich einfach einen beliebigen Teilchenstrahl, einfach einen Photonstrahl aus einer thermischen Quelle, oder ein Elektronenstrahl, auch aus dem Glühdraht, kommen die Elektronen raus, auch unpolarisiert. Okay, nur mit der Besonderheit, dass hier eine Verschränkung ist, ich weiß, dass sie vorher den Gesamtspinull hatten und müssen hinterher auch haben, die beiden Zeichen, die zusammengehören. Also es kommt ja ein Teilchenstrom, aber ich kann das mit einer so niedrigen Intensität machen, dass zu einem Zeitpunkt immer nur zwei Teilchen unterwegs sind. Und dann weiß ich, das eine Teilchen, was nach einer Sekunde rechts ankommt, das muss zusammengehören mit dem anderen Teilchen, was ebenfalls nach einer Sekunde am gleich weit entfernten linken Detektor ankommt. Und diese beiden Teilchen gehören zusammen. Das weiß ich, aber das Experiment ist auch so designt, dass diese beiden Teilchen verschränkt sind. Ich muss das dann in Koinzidenz messen. Ich muss also die beiden Detektoren so schalten, dass ich nur die Teilchen rechts messe, die zu dem linken Zeichen gehören, also gleichzeitig ankommen. Gleichzeitigkeit bedeutet Koinzidenzmessung. Das heißt, wenn man am rechten Detektor was anguckt, muss ich gucken, ah, ist jetzt am linken Detektor auch was angekommen, das muss das Teilchen sein, was mit dem Teilchen am rechten Detektor verschränkt war. Koinzidenzmessung. Gut, ja, und lauter Quantenmechanik gibt es jetzt eine geisterhafte Fernwirkung. Eine Messung zum Beispiel, der Spin, also bei Photon ist relativ einfach zu messen, am linken Zeichen überführt, wird das Rechte, so der Formanismus, der Quantenmechanik, schlagartig in einen Eigenzustand des Messoperators von der Messung am rechten Teilchen, weil sie ja enttängelt sind, also verschränkt. Wenn ich hier also jetzt den Spinn messe und der Spin zeigt runter, muss in diesem Augenblick, und vorher eben nicht, da war es unpolarisiert, erst in dem Augenblick, wo ich hier messe, und das kann Lichtjahre entfernt sein, wird das Zeichen links schlagartig von einem unpolarisierten Zustand in einen Eigenzustand des Messoperators am rechten Teilchen überführt und auch noch, ich weiß das Ergebnis der Messung, es muss spinn-up sein, weil rechts spinn-down war. Ich kann also die Messung am linken Teilchen vorhersagen, wenn ich den Koïnzidenz messe, also die beiden Teilchen müssen tatsächlich die sein, die gleichzeitig am Quellpunkt losgeflogen sind. Ja, und jetzt kann man sich fragen, also das ist das, was die Quantenmechanik vorhersagt, und das ist auch das, was man heute tatsächlich misst, das ist richtig, das ist experimentell bestätigt, es gibt eine spukhafte Fernwirkung. Wie kann das denn überhaupt sein? Ja, wenn man solche rätselhaften Sachen hat, dann muss man erst mal genau hingucken, was messe ich denn da eigentlich? Also folgende Frage, wie wird der neue Zustand rechts nachgewiesen? Also rechts ist ja meinetwegen 100 Lichtjahre entfernt, ja, weiß ich ja, erst Stunden später, oder wenn es 100 Lichtjahre sind, dann weiß ich eben erst 200 Jahre später, was rechts gemessen wurde, wird das links mitgezahlt per Telefon. Also wir haben hier Spinn abgemessen, oh ja, wir haben Spinn da angemessen, passt. Ja, also da wäre die Lichtgeschwindigkeit notwendig für die Kommunikation, und Sie wissen auch noch, das kann man immer auch feststellen, wann das gemessen wurde, also ob da jetzt ein Zeitversatz ist, also es könnte ja sein, dass das Zeichen rechts zwar in den Eigenzustand überführt wird, sich aber diese spukhafte Fernwirkung ordnungsgemäß mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, und ich diesen Spinn, den entgegengesetzten Spinn erst nachweisen kann, wenn diese 100 Jahre für die Transport dieser spukhaften Fernwirkung geschehen sind, das heißt, ich muss, wenn ich rechts messe, muss ich beim linken Zeichen nicht sofort messen, also wenn das auch angekommen ist, sondern ich muss meinen Detektor links weiter hinten aufbauen, und eine Weile warten, damit ich das messen kann, allerdings aufgrund der Symmetrie des Versuchsaufbaus muss den rechts eigentlich auch weiter hinten, also haut nicht hin, es haut mit dem Zeitversatz, es haut es nicht hin, es geht eigentlich überhaupt nicht, also wir müssen jedenfalls fragen, wie wird der neue Zustand rechts überhaupt mal nachgewiesen, wie weiß ich denn nach, dass ein Teilchen in einem Eigenzustand eines Messoperators ist von einer Messung, die ich an einem anderen Teilchen nachgewiesen habe, vielleicht noch bevor ich jetzt auf die konkreten Messungen eingehe, und das wurde eben wirklich sehr genau analysiert, erstmal noch ein Punkt, wir hatten das schon mit dem Kollaps der Wellenfunktion, wir brauchen da das EPR-Experiment mit der Koinzidenz und der Spins und dem Kollaps, brauchen wir gar nicht, wir hatten das schon mit dem Doppelspaltexperiment, ich hatte hier dieses gelbe Symbol, das ist so ein grafisches Symbol, Aufroll eines Elektrons auf meinem Screen hier, dem Bildschirm hinter einem Doppelspalt, das hatte ich schon mal gemalt, und da ist die Idee, dass, damit ich dieses Interferenzmuster auch bei Teilchen am Doppelspalt überhaupt verstehen kann, ist, ich habe also tatsächlich einen Teilchenstrahl, den ich durch eine Welle charakterisieren muss, der hat einen bestimmten Impuls, der Teilchenstrahl, tun ich, sollten die Teilchen eigentlich dieselbe Geschwindigkeit und Masse haben, und dann kriege ich die De Broglie-Wellenlänge und ich muss diesen Teilchenstrahl, solange ich nicht nachmesse, wo welches Zeichen zu welchem Zeitpunkt ist, also solange ich die Trajektorien nicht kenne, muss ich das beschreiben durch eine Wahrscheinlichkeitswelle, und das habe ich hier mit diesem blauen Hintergrund mal, ich habe jetzt die Wellenfronten nicht eingemalt, zu kompliziert, also das ist die Welle, und das Teilchen, oder die Teilchen sind delokalisiert, auch wenn ich die Intensität so weit runterdrehe, dass nur ein Teilchen zu einer Zeit unterwegs ist, bekomme ich Interferenzmuster, das heißt auch für Intensitäten, wo meine Wahrscheinlichkeitswelle nur ein Teilchen pro Sekunde oder pro Tag enthält, bekomme ich Interferenzmuster, das heißt die Teilchen sind als Welle unterwegs. Erst in dem Augenblick, wo sie auf dem Bildschirm aufprallen, so die Quantentheorie, lokalisiert sich diese ausgedehnte Welle, und ich kriege nicht ein gleichmäßiges Leuchten mit einer Intensität von einem Tausendstel Teilchen oder so, geht ja gar nicht, sondern ich kriege ein Teilchen an einer bestimmten Stelle und das ist auch im Experiment bestätigt, es gibt hier einen Blip und das Interferenzmuster kann ich erst erkennen, wenn ich das Experiment hundertmal, tausendmal, zehntausendmal wiederhole, dann kriege ich so eine Häufigkeitsverteilung, aber ein Elektron wird sich nur an einem bestimmten Fleck manifestieren und man erklärt das mit dem Kollaps der Wellenfunktion und die Meinung ist, dass dieses Zusammenschnurren der Wellenfunktion durch die Ortsmessung, das Aufprallen auf dem Bildschirm ist eine Ortsmessung, ich bringe es in einen Eigenzustand des Ortes und das ist eben nicht mehr diese ausgedehnte Wellenfunktion eines Teilchen Strahls im Vakuum, sondern ein einzelner Punkt auf dem Bildschirm. So, das heißt, ich überführe eben diese Welle an dieser Stelle durch die Messung und zack in einen Eigenzustand und das geschieht zeitlos. Also die Wellenfunktion, die ich vorher hatte, schnurrt zusammen, also ein Beispiel dieses Kollaps der Wellenfunktion, gibt es an vielen verschiedenen Stellen, zu einem und leuchtet es hier auf und dann dauert es wieder eine Weile, bis das nächste Elektron kommt. Also man kann sich so vorstellen, dass diese Elektronen jedes für sich eigentlich haben, also so eine ausgedehnte Wellencharakter schwirren, ausgedehnt als riesige Wolke, ein einzelnes Elektron durch diesen Doppelspalt, dann gibt es dieses Interferenzmuster und dann prallen sie auf den Schirm auf und in dem Augenblick schnurrt diese Welle zusammen zu einem konkreten Lichtpunkt. Das ist jetzt wieder so eine klassische Vorstellung, überhaupt mal ein Bein an die Erde zu kriegen, das ist auch nicht ganz richtig, also das Zusammenschnurren ist jedenfalls zeitlos. Ja, und das wollen wir jetzt messen mit dem EPR-Experiment. Ich gehe jetzt bei der Analyse des EPR-Paradoxons auf, dass ich jetzt diese Doppelstunde verschwende, es ist ja nicht Nanopartikel, gebe ich zu, ich finde es aber gerade mal super interessant, dieses Buch Philosophie der Quantenphysik, ist jetzt ein bisschen Philosophie, aber das sind schon Physiker hier, die das schreiben und da geht es mir speziell um dieses Kapitel 4 Verschränkungen und Nicht-Lokalität, EPR-Bell und die Folgen. Und da man das heute, also zum Beispiel in diesem Wiener Experiment, was ich beschrieben habe, an Nanopartikeln auch machen kann, also es auch in die größere Welt der Nanopartikel, also nicht bloß Elementarteilchen, dass da auch anwendbar ist, ist es also schon frappierend, es ist nicht beschränkt auf die Welt der Elementarteilchen, diese Nanogesetze und möglicherweise finden wir Auswirkungen der Nanogesetze auch in unserer makroskopischen Umwelt, zum Beispiel ganz einfach eben bei der Temperaturstrahlung von heißen oder warmen Körpern, dieser Schwarzkörperstrahlung, die geht gar nicht ohne die Quantisierung und die Quantisierung ist eben eine Grundlage dessen, was ich hier jetzt gerade versuche darzulegen. Also das ist Kapitel 4 und ich kondensiere das in diese anderthalb Stunden hier oder jetzt sind es gar nicht mehr anderthalb Stunden oder eine Stunde von Seite 107 bis Seite 182, das fasse ich jetzt mal zusammen. Da haben die also versucht aus Sicht der Philosophie dieses fürchterlich komische, eigenartige, unverständliche Verhalten dieser beiden Teilchen in diesem Koinzidenzexperiment zu verstehen. Also was wird gemacht und was das Ergebnis? Hier haben wir erstmal den Aufbau, das ist ein Bild aus diesem Buch, so von beschränkter Schönheit. Wir haben also hier diese Quellenkammer, da werden irgendwie zwei Teilchen mit entgegengesetzten Spinn und entgegengesetzten Impuls präpariert und es geht jetzt nur noch um den Spinn und wir wissen, der Spinn ist in der Summe 0 und die Teilchen haben einen Eigendrehimpuls, entweder bei Photon 1 oder bei Elektron 1,5 und wir messen jetzt auf der einen Seite und auf der anderen Seite in Koinzidenz, also muss der Abstand gleich sein, wenn sie mit Licht oder mit gleicher Geschwindigkeit auseinanderfliegen, messen wir den Spinn und zwar können wir die Spinnrichtung messen mit einer Messapparatur, die muss eine sogenannte Z-Achse definieren. Ich muss also eine Achse haben, dass dieser Pfeil hier und da fliegt jetzt mein Photon oder mein Elektron an und da kann ich jetzt gucken, wie steht der Spinn dieses Elektrons relativ zu der Achse und aufgrund der Richtungsquantisierung gibt es bei Elektronen, jetzt bleiben wir mal bei Elektronen, da ist es relativ einfach, gibt es nur zwei Möglichkeiten, egal welche Achse ich nehme, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder up oder down. Also ich habe irgendeine Achse für mein rechtes Elektron und sage jetzt also meinetwegen, ich nehme die, was nehmen wir hier als erstes, die X-Achse, mal sei das also die vertikale, die X-Achse, Z-Achse ist die Ausbreitungsrichtung, die X-Achse und dann kommt mein Elektron rechts an und das hat meinetwegen Spinnab, also in Richtung, also hier wird es jetzt dummerweise andersrum, ich hatte vorhin mit dem rechten Teilchen angefangen und das linke Teilchen angeschaut, jetzt fangen wir mit dem linken Teilchen an, was ja normal ist, weil man Texte von links nach rechts liest, wir fangen mit dem linken Teilchen an und wir nehmen jetzt mal die Situation, wir gucken also links das Teilchen an und zwar gucken wir in Richtung X-Achse, also das wäre in diesem Bild hier die senkrechte, die Y-Achse ist senkrecht dazu, also in der Tafel eben noch raus oder rein, drei Dimensionen. Okay, also X-Achse, so, ab. So, was passiert mit meinem Teilchen, was ich rechts finde, also dass ich in Koinzidenz messe, relativ einfach, 100% down, natürlich, der Spin war vorher 0, mein Teilchen ist links mit ab angekommen, also muss rechts mit down ankommen. So, X ab, jetzt kann ich aber Y auf der rechten Seite, drehe ich den Analysator um 90 Grad und messe den Spin in Richtung der Y-Achse, also ich messe den Spin links in Richtung X-Achse und rechts habe ich meinen Analysator um 90 Grad gedreht. So, ich weiß, der eigentliche Spin des Zeichens, was da kommt, steigt senkrecht nach unten. Es ist in der Quantenmechanik so, wenn ich das in einen Eigenzustand bringe, der X-Achse und es hat dann auch noch, ist polarisiert, also die Spins aller Photonen oder Elektronen, die da ankommen, zeigen down, messe aber partout zu einer anderen Richtung, die 90 Grad dazu gedreht ist, dann kriege ich halbe halbe, weil der Spin steht senkrecht, dann ist der Spin, das wir ja klassisch erwarten, dann nicht 0 in der Richtung, weil er einfach eine andere Richtung zeigt, sondern ich kriege mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent kriege ich vorwärts und von 50 Prozent rückwärts. Also der Spin steht rechts bei dieser zweiten Zeile hier, steht nach unten für das rechte Zeichen. Messen muss ich, kann ich aber nur, da gibt es ja wegen der Richtungsquantisierung nur zwei Möglichkeiten. Ich kriege nicht raus, dass er runtersteht, wenn ich in 90 Grad Richtung messe, weil es ja wegen der Quantisierung nur zwei Einstellungsmöglichkeiten gibt, nämlich vorwärts und rückwärts bei diesem Fall. Es steht runter, also jedenfalls so die Vorstellung, messen kann ich aber nur vorwärts oder rückwärts. Das passt überhaupt nicht und dann macht die Natur als Ergebnis unentschieden. Ich kriege zur Hälfte vorwärts und zur Hälfte rückwärts. Also in Bezug auf die Y-Achse ist es jetzt auch ab und down genannt, ist ein bisschen doof, weil es eine andere Richtung ist, kriege ich 50% ab und 50% down. Ja, okay, das ist jetzt aber nicht so besonders erstaunlich. Ich messe in die falsche Richtung, dann kriege ich halbe halbe Wahrscheinlichkeit als diese Richtung. Also man muss allerdings davon ausgehen, dass ich weiß, es gibt eine Richtungsquantisierung. Ich kann in der Achse nicht irgendeine andere Richtung als parallel oder antiparallel zu der Achse messen. Gut, jetzt machen wir das Ganze noch mit x down, also x ab. Jetzt haben wir Teilchen, die links ankommen, die kommen mit down an. Dann ist natürlich, wenn ich in der Parallele Analysatoren habe, gleiche Achse, habe ich 100% Korrelation. Also down geht 100% ab. Wenn ich x down habe und y, also wieder um 90 Grad gedreht, habe ich wieder 50% ab und 50% down. Da ist es wieder statistisch verteilt. Also 50% die eine Richtung, 50% die andere Richtung bedeutet, es gibt keine Korrelation. Das ist so wie unpolarisiert. Ja, und wenn ich y abmache, also drehe meinen linken Analysator jetzt auch um 90 Grad. Wenn die beiden Analysatoren beide auf die y-Achse stehen, habe ich wieder 100% Korrelation und auch in der anderen Richtung 100% Korrelation. Und wenn die beiden Analysatoren um 90 Grad gedreht sind, kriege ich wieder keine Korrelation. Also 50% halbe halbe. So, das heißt insgesamt ist es, wenn die beiden Analysatoren auf dieselbe Achse eingestellt sind, dann aufgrund der Drehimpulserhaltung muss rauskommen, der up, der down, der down, der up. Also 100% Korrelation. Sind sie um 90 Grad gedreht, habe ich den Fall, dass ich keine Korrelation habe, weil es ja nicht passt und genau daneben ist und dann kommt halbe halbe raus. Also bei 90 Grad Versatz nicht korreliert. 50% in die eine oder in die andere Richtung. Also das ist das Ergebnis. Also das kann man auch zu Hause machen, wenn man den experimentellen Aufbau hat. Da muss man erstmal solche verschränkten Teilchen herstellen können. Das ist gar nicht so einfach. Es geht mit Lasern ganz gut, also Photonen. Aber da muss man auch noch mit einzelnen Photonen arbeiten können und das in Koinzidenz messen. Das ist also recht anspruchsvoll, aber man kann es eigentlich machen. Es gibt eine Menge Experimente inzwischen. Ja gut. Ja, also das ist das Ergebnis. Hier nochmal. Bei Parallelstellung 100% Übereinstimmung, weil 90 Grad Versatz nicht korreliert. Okay. Ja, also wie gesagt, wenn man erstmal akzeptiert, es gibt diese komische Richtungsquantisierung und bezogen auf eine Z-Achse kann es sowieso bloß up oder down sein. Das kann ich irgendwo anders hin zeigen. Dann ist das das Ergebnis, was verständlich ist. Was wäre, wenn die Photonen nicht verschränkt werden? Also ich habe einfach zwei Photonen, die gleichzeitig ankommen, aber jetzt meinetwegen kommen die aus verschiedenen Teilen meines Quellbereichs. Also sie sind nicht verschränkt. Die beiden Endzustände sind unpolarisiert, also keine Korrelation. 50% in irgendeiner Richtung. Also wenn ich das zum Beispiel mit Down Conversion mache von einem Laser, kann ich ein Photon in zwei halbe Personen zerlegen und nehme jetzt aber nicht die beiden verschränkten Photonen, sondern auch ein Photon aus einem Down Conversion Prozess und ein anderes Photon aus dem anderen, die meinetwegen trotzdem gleichzeitig erzeugt werden, aber an unterschiedlichen Stellen in dieser Quelle fliegen auseinander, dann würde ich keine Korrelation bekommen. Das heißt, in jeder beliebigen Stellung meiner Polarisatoren kommt immer halbe halbe raus. Das heißt, keine Korrelation. Auch der verschränkte Zustand einer Teilwelle ohne unterscheidet sich nicht. Also wenn ich nur die eine Teilwelle habe, ohne mit der anderen Teilwelle irgendwas zu machen, meinetwegen, ich lasse sie einfach auf dem Schirm aufprallen und die anderen Photonen fliegen weiter. Das geht ja. Dann würde der andere Teilstall, der weiter fliegt, würde sich genauso verhalten. Er wäre ununterscheidbar von einem unpolarisierten Photonenstrahl. Also der Zustand einer Teilwelle alleine ist ohne die Polarisationsmessung des anderen Arms unpolarisiert. Ein unpolarisierter Photonenstrahl. Kann man untersuchen, wie man will. Man weiß nicht, dass dieses Zeichen mal mit einem anderen verschränkt war, wenn dieses andere Zeichen sozusagen gestorben ist. Es wurde also irgendwo absorbiert oder so. Okay, kann man so hinnehmen. Das ist jetzt eigentlich noch nicht so super geheimnisvoll, würde ich sagen. Das ist eigentlich Anwendung der Drehimpulserhaltung. Gut, ich fasse das jetzt nochmal zusammen für diesen einfachen Fall mit um 90 Grad maximal verdrehten Polarisatoren, also Analysatoren, also entweder parallel oder 90 Grad. Das nenne ich den einfachen Fall. Zwei Orientierungen, einmal in X und einmal in Y-Richtung. Z-Richtung ist die Ausbreitungsrichtung. Bei Parallelstellung 100% Antikorrelation, bei Spin up, Spin down und bei 90 Grad Versatz halbe, halbe in der anderen Richtung. Klassische Erklärung, das wäre mit verborgenen Parametern. Man würde annehmen, ja klar, die fliegen mit entgegengesetzten Spinnen auseinander und der Spin steht die ganze Zeit unterwegs, bevor ich es messe in eine Richtung. Kann man eigentlich nicht ganz erklären, warum da immer nur ab und down rauskommt, aber es ist jedenfalls mal nicht so erstaunlich, dass sie antikorreliert sind. Die Photonen sind von vornherein entgegengesetzt polarisiert und die Polarisatoren messen dies lediglich. Also so richtig haut das nicht hin, weil ich messe ja auch bei gekreuzten Polarisatoren, Analysatoren messe ich ja auch immer entweder die eine oder die andere Richtung. Ich kann klassischer die Richtungsquantisierung sowieso nicht erklären. Ja, aber erstmal ist es jedenfalls nicht erstaunlich, wenn die Polarisatoren, die Analysatoren parallel stehen, dass sie genau entgegengesetzten Spinnen messen. Also dieses 100% Korrelationsergebnis für parallele Analysatoren ist klassisch absolut zu erwarten. Die anderen Ergebnisse sind nicht so ohne weiteres, aber sie sind auch nicht so super erstaunlich. Quantmechanische Erklärung. Die beiden Photonen sind zunächst unpolarisiert. Wir wissen nicht, wohin sie stehen, das heißt sie sind nicht in einem Zustand, in dem sie überhaupt polarisiert sind, sondern die Richtung des Spins muss durch eine Wahrscheinlichkeitsfunktion dargestellt werden und alle Richtungen, alle Richtungen, senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, alle Richtungen sind gleich wahrscheinlich. Also nein, sie sind nicht gleich wahrscheinlich, sie sind gar nicht da. Die Spinnenrichtung gibt es nicht, das ist eigentlich die Ausreise. Also man muss es durch, also ich muss es als Überlagerung einer Wahrscheinlichkeit in irgendeine Richtung zu zeigen darstellen. Sind zunächst unpolarisiert. So wie mein Elektron im Doppelspaltexperiment ist es gleichzeitig an allen Orten. Und so zeigt der Spin dieser Teilchen, solange ich nicht das eine oder das andere oder beide messe in alle Richtungen gleichzeitig. Okay, aber verschränkt. Es gibt diese Kopplung. Durch die Messung des einen werden beide in einen Eigenzustand des jeweiligen Messoperators überführt und der mit der Randbedingung Gesamtspin gleich Null. Also die bleibt aufrecht erhalten. Also perfekte Antikorrelation. Damit kann ich das erklären, dass ich bei parallelen Richtungen immer die Antikorrelation habe, ähnlich wie bei der klassischen Erklärung. Und ich kann auch noch mit dem Formalismus der Quantenmechanik, wenn die um 90 Grad verdreht sind, die beiden Analysatoren erklären, dass der andere Analysator dann eben halbe-halbe Wahrscheinlichkeit bekommt. Weil wenn ich die Richtung senkrecht nach unten, also Antikorrelation nehme, dann kann ich die zerlegen in zwei Eigenfunktionen zu der neuen Messachse. Also das ist kein, also der ursprüngliche Zustand, in dem das Teilchen dann war. Wenn das andere Teilchen gemessen wird, ist ein Eigenzustand der Z-Achse, der X-Achse. Und diesen Eigenzustand der X-Achse kann ich in zwei Eigenzustände mathematisch zerlegen, der neuen Achse, also der Y-Achse. Und da bekomme ich genau halbe-halbe Anteile heraus. Das ist diese Vektorzerlegung im Hilbertraum. Also das mathematische Instrument gibt mir genau, mathematische Instrumentarium der Quantenmechanik, genau diese 50-50% Wahrscheinlichkeit, wenn ich gekreuzte Analysatoren habe. Ja, und das gibt dann eben, ist die richtige Beschreibung. Und das stimmt mit dem Experiment überein. Mit nur Zweiorientierung ist keine eindeutige Entscheidung für oder gegen verborgene Parameter möglich. Ja, und da komme ich noch zu. Man kann sich vorstellen, dass ich diese Ergebnisse bekomme unter der Annahme der Richtungsquantisierung, die ich ja klassisch sowieso nicht erklären kann, aber nehmen wir an, die nehmen wir jetzt einfach mal als gegeben hin, kann ich aber die Korrelation hinkriegen. Die kann ich klassisch hinkriegen. Also wir können uns das sogar mit Personen überlegen. Es gibt da ein schönes Analogon zur Bellschen Ungleichung. Das ist eigentlich auch ein mathematisches Objekt. Da kann ich mir ein Experiment vorstellen, wo ich intelligente Photonen habe. Ich mache es einfach mit Menschen. Und das beschreibe ich gleich. Und mit Menschen kriege ich diesen einfachen Fall mit zwei Orientierungen. Ich brauche eben drei Orientierungen. Sonst kriege ich das nicht raus, ob es verborgene Parameter gibt. Gar nicht mit zwei Orientierungen, mit verborgenen Parametern dieses Messergebnis hinkriegen. Also diese Messung mit 90 Grad und parallelen Analysatoren gibt mir noch keine eindeutige Auskunft darüber, ob die Photonen nicht doch irgendwie verborgene Parameter, also irgendeine Spinnrichtung haben. Und sie kommunizieren nicht miteinander, sondern sie wissen von an Beginn an, dass sie entgegengesetzt polarisiert sind und nehmen diese Informationen als verborgene Parameter, wir wissen nicht wie, aber es könnte ja sein, dass irgendwas gibt, mit. So, das kann ich also nicht entscheiden. Gut, was muss ich denn machen? Ich brauche drei Orientierungen. Und jetzt kommen wir zu Bellschen Ungleichung. Die Bellschen Ungleichung ist ein Formalismus, ein mathematisches Gebilde, mit der Herr Bell hat also damit bewiesen, dass es keine verborgenen Parameter gibt. Nämlich dieses Ergebnis ist hier. Das ist dasselbe Experiment, jetzt aber mit drei Orientierungen, mit diesen beiden Polarisatoren. Ich sage immer Polarisatoren, Analysatoren. Ich analysiere die Spinnrichtung, also hier gezeigt, die Spinnrichtung hier, in drei Richtungen. Also es gibt dann also die Möglichkeit parallel 30 Grad oder 60 Grad. Also statt parallel und 90 Grad habe ich drei Einstellmöglichkeiten, parallel 30 Grad, 60 Grad. Und es müssen drei sein. Und jetzt kann ich entscheiden, ob diese Photonen oder Elektronen nicht doch irgendwie was an sich haben, das ihnen zu jedem Zeitpunkt mitteilt, dass sie irgendwie verschränkt sind und wie das andere Teilchen reagieren würde. Und dass sie diese Information, meinetwegen auf dem Notizzettel oder so, mit sich führen, vom Entstehungsort. Und das kann ich eben auch mit Personen machen. Also selbst mit realen Personen, schreibe ich gleich, die also intelligent sind, das wären dann intelligente Photonen, kriege ich diese Korrelation hier nicht hin. Ja, also ich finde diese Analogie mit einem Experiment mit Menschen, bei dem man das Gleiche probiert, die finde ich also sehr eingängig, weil das eigentliche, der eigentliche Beweis der bellischen Ungleichung, also das hier, um das zu verstehen oder die Analyse dazu ist die bellische Ungleichung. Ich habe die mal durch exerziert für mich selber und auch verstanden, aber schon eine halbe Stunde später wusste ich nicht mehr genau, wie ging das jetzt nochmal. Aber sie ist richtig, ja. Also man kann sich das selber in aller Ruhe mal angucken, die Mathematik dazu. Sie beweist, dass bei drei Orientierungen dieses Messergebnis, das hier ist die Tabelle der Messergebnisse, dass ich diese Korrelation nicht hinkriege mit verborgenen Parametern. Ich richte sie eigentlich gar nicht hin. Also es kann eigentlich gar nicht sein und doch ist das das experimentell Bewiesene. Also wir haben drei Richtungen hier, Koinzidenzmessung des Spins in mehreren Richtungen, nämlich 0, 30 und 60 Grad. Also genau diese Drittelung dann. Also wenn beide Analysatoren in die gleiche Richtung zeigen, also 30 Grad, 30 Grad, dann sind die Spins in diesem Fall hier, ist gemeint bei Plus und Plus, dass die Spins korreliert sind. Also bei Elektronen stehen sie aufgrund der Eigenschaften des Spins der Elektronen immer entgegengesetzt. Hier sind es jetzt Photon, die zeigen also in diesem Fall Plus, Plus heißt 100% Korrelation. Also wir hatten vorhin Plus, Minus. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber das ist ein Bild aus diesem Buch. Das habe ich da rauskopiert. Also Plus heißt, es ist total korreliert. Wenn beide in 60 Grad Richtung stehen, dann kriege ich bei dem einen Minus, nehmen wir an, hier steht Minus, kriege ich bei dem anderen auch Minus. 100% Korrelation. Also wie gesagt, das ist jetzt verwirrend. In dem ursprünglichen Experiment mit Elektronen muss immer entgegengesetzt stehen. Das heißt, die richtige Korrelation, wenn es vorher Spin 0 war, dann muss es Plus, Minus sein. Aber hier mein Plus, Minus meint Plus, Plus. Also egal. Also jedenfalls Minus, Minus bedeutet die beiden Spins entsprechend der Drehimpulshaltung. Wenn beide Analysatoren auf 0 Grad stehen, 0, 0, hier habe ich auch 100% Übereinstimmung. Minus, Minus und so weiter. Hier nochmal 30 Grad, wenn das eine Minus ist, ist das andere auch Minus. Solange also die beiden Analysatoren in der gleichen Richtung stehen, habe ich 100% Korrelation. Also dann gehorcht ist der Drehimpulserhaltung. Jetzt verdrehe ich das um 30 Grad. Wenn ich jetzt ein bisschen von der gerade Ausrichtung weggehe, also der Parallelstellung, dann kann man sich vorstellen, dass da immer noch eine starke Korrelation ist, aber ein paar Teilchen sind dann daneben, weil es nicht mehr genau richtig steht. Also es geht ja sowieso immer nur Plus, Minus und dann sind die meisten immer noch Plus, aber einige Minus. Und bei 30 Grad ist das immer noch so. Die meisten sind korreliert, aber ein paar in der anderen Richtung. Jetzt haben wir also hier 30 Grad Abweichung 0 und 30 Grad habe ich immer noch Korrelation in diesem Einzelexperiment. Aber bei einer anderen Stellung, 0, 30 Grad, finde ich jetzt nicht. Hier haben wir 30 Grad 0 Grad. 30 Grad 0 Grad plus Minus. Hier haben wir also den Fall, dass wir entgegengesetzte Stellungen haben, haben. Das geschieht also in einem bestimmten Prozentsatz der Fälle, weil meine beiden Analysatoren nicht mehr genau parallel stellen. Wenn sie auf 60 Grad stehen, also 60 Grad versetzt, zum Beispiel haben wir das 0, 60 Grad hier. 0, 60 Grad haben wir ein Minus plus. Da würden wir also in den meisten Fällen eine Antikorrelation feststellen, also weil sie fast ganz verdreht sind, aber eben nicht ganz. Das heißt, wir haben eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, wir haben eine Korrelation. Sie ist aber nicht 100% und auch nicht 0% oder also gar nicht, sondern sie ist ein bisschen korreliert. Das ist also das Ergebnis, wenn ich drei Orientierungen mache. Jetzt mache ich also ganz viele Messungen. Hier geht es bis 1000 zum Beispiel. Ich kann also 1000 dieser Koinzidenzmessungen machen, kriege ich jedes Mal ein Ergebnis. Das ist die Ergebnistabelle. Und dann kann ich eine Statistik aufstellen und kriege dann eine Korrelation. Und die Korrelation ist die folgende. Bei Parallelstellungen habe ich 100% Übereinstimmung. Also Drehenpulsehaltung beim Elektronen plus minus und hier war es eben in dem Experiment plus plus. Wie auch immer das ist. Also es ist korreliert. Bei 25% und 75% habe ich entweder Antikorrelation oder ich habe Korrelation. Das heißt, bei 30 Grad oder eben 0 Grad, also 0 bis 30 Grad, habe ich sehr dicht an 100% aber eine Abschwächung. Das heißt, ich habe immer noch 75% Übereinstimmung. 50% wäre, dass ich halbe halbe habe, da habe ich keine Korrelation mehr. 75% heißt, ich habe immer noch eine relativ starke Korrelation, aber nicht mehr 100%. Also ein paar Einzelmessungen gehen in die falsche Richtung. Und bei 25% müsste ich Antikorrelation haben, aber eben nicht genau Antikorrelation, sondern ein paar sind dann also statistisch. Man kann sich das auch so vorstellen, dass wenn ich in die Nähe von 100% oder von 0 Grad oder bei 90 Grad ist eben gar keine Korrelation mehr, dann habe ich hier 25% Übereinstimmung. Also ich hoffe, das wird klar. Ich habe noch ein bisschen Korrelation, also oder sogar ein Zweidrittel Korrelation und ein Drittel, nein ein Viertel ist nicht mehr korreliert. Gut, diese Korrelation, also es ist einfach eine Statistik, die kann ich messen, diese Experimente gibt es und das ist das Ergebnis hier. Also gibt es dann noch Fehlerbalken und sowas alles, aber das ist das Ergebnis eines perfekten Experimentes und es wurden die Experimente bis heute 2021 so oft wiederholt, dass man schon sagen kann, das ist wirklich das Ergebnis. Diese Korrelation lässt sich nicht durch verborgenen Parameter erklären. Also die mit zwei Einstellungen schon, aber mit drei Einstellungen nicht mehr. Selbst wenn, selbst dann nicht, wenn die Protonen intelligent wären und sich vorher absprechen könnten. Das ist die belge Ungleichung und da gibt es eben eine Illustration mit Menschen, das kann man mit Menschen machen, kann man auch wirklich durchführen, wäre mal ganz interessant, ob man das hinkriegt, wäre was für die Studis, um das mal auszuprobieren. Das ist die nächste Seite, erkläre ich das nochmal, wie das geht. Es gibt entweder eine überlichtschnelle Fernwirkung, also wie verstehe ich dieses Ergebnis, also diese Tabelle hier, diese Tabelle bis 1000 oder 10.000 Messungen gibt mir eine Statistik und damit eine Korrelation, es muss einen Zusammenhang geben und wir haben keine Erklärung für den Zusammenhang. Es gibt also entweder eine überlichtschnelle Fernwirkung, überlichtschnell deswegen, weil man kann den Zeitversatz messen, wann dieser Kollaps der Wellenfunktion, ab wann diese Korrelation messbar ist und sie ist praktisch instantan messbar. Das haben Leute gemessen, das zeige ich gleich ein paar Papers dazu. Also entweder eine überlichtschnelle Fernwirkung, deren Träger wir nicht kennen. Was soll das sein? Also elektromagnetische Wechselwirkung ist sicherlich nicht, weil die wäre nur nicht schnell, muss irgendwas anderes sein. Oder ganz was anderes. Quantenmechanische Beschreibung ist eben Kollaps der Wellenfunktion. Kopenhagen, die Wellenfunktion kollabiert instantan. Wo ist das Problem? Das Problem ist da, dass das zwar Worte sind, Kollaps der Wellenfunktion in Nullzeit, aber was ist denn die Physik dazu? Da hat man kein Begreifen, Comprehension, kein Verstehen. Gut, ja, also quantenmechanische Beschreibung. Ja, Veranschaulichung der bellischen Ungleichung habe ich aus diesem Buch. Also ich hatte ja vorhin diese Quantentheorie, Philosophie der Quantentheorie, Kapitel 4, da steht das alles drin. Da steht auch eine genaue Beschreibung an so einer Ableitung der bellischen Ungleichung. Da ist es mathematisch bewiesen, dass es keine versteckten, verborgenen Parameter geben kann, um diese Korrelation zu erklären. Die Photonen können die Information nicht tragen. Es gibt keine Möglichkeit. Denn selbst wenn sie ganz viel, nehmen wir an, es werden keine Photonen, sondern Computerprozessoren, die ich da losschicke oder intelligente Menschen, kriege ich es nicht hin. Statt Photonen mit Personen, die sich im Sourceraum, gibt es also einen Raum, da sind die erstmal abgeschlossen, können sich absprechen, können sogar Zettel schreiben und sich mit Zetteln Zettel mitnehmen. Ja, auf eine Strategie einigen können, um die hohe Korrelation dieser Photonen, also zu reproduzieren im menschlichen Experiment. Die Personen sprechen sich auf eine Strategie ab. Also Ziel ist es, diese Korrelation in unzähligen Wiederholungen desselben Experiments mit diesen zwei Personen zu machen. Sie trennen sich in zwei Interviewräume. Sie haben also einen Raum, das ist unser Sourceraum von unseren beiden Photonen, da sprechen sich die beiden Personen ab und dann gehen sie raus. Und ab da wechselwirken sie nicht mehr miteinander, weil diese spukhafte Fernwirkung gibt es ja nicht. Also kann man sich jedenfalls nicht vorstellen. Und sie wissen vorher nicht, was für eine Frage an sie gerichtet wird im Interviewraum. Also die Interviewräume sind meine beiden Analysatoren, wo der Spinn analysiert wird. Jede Person erhält dann in diesem menschlichen Experiment eine von drei möglichen Fragen, nämlich 0 Grad, 30 Grad oder 60 Grad. Und sie können nur mit Ja oder Nein antworten, weil eben Elektronen spinnen kann ja nur Ab oder Down zeigen, bezogen auf irgendeine Achse. 0 Grad, 30 Grad oder 30 Grad. Die Auswahl der Fragen geschieht zufällig und unabhängig von der Frage an die andere Person. Also sie sind so weit auseinander. Die eine Person weiß nicht, welche Frage der anderen Person gestellt wird und die Frage, die der anderen Person gestellt wird, wird zufällig ausgewählt und die eine auch. Die können also beliebig variieren. Und genau das machen wir auch mit den Photonen für diese Statistik hier. Also die Fragen werden erst ausgewählt. Das machen die Leute heute, damit sie sicher sein können, dass es nicht irgendeine versteckte Wechselwirkung gibt. Die Fragen werden erst ausgewählt. Das heißt, die Stellung der Analysatoren wird erst eingestellt. Das geht so, das muss ja mit, also in Nanosekunden kann man das machen. Wenn die Personen den Sourceraum verlassen haben. Das geht auch mit Photonen. Also die Photonen sind losgeschickt. Da habe ich ein paar Nanosekunden Zeit. Da werden dann zufällig die Analysatoren eingestellt. Kommt trotzdem diese Statistik raus. Sie können nachverlassen des Sourceraums natürlich nicht mehr kommunizieren. Sie müssen ihr Handy abgeben. Das kennen die Studis von den Klausuren. Eine Person kann mit Ja oder Nein antworten. Zwei Möglichkeiten auf diese drei Fragen. Es entsteht eine Liste ähnlich der Ergebnisliste für die Personen. Aber die Korrelation ist immer viel schlechter. Diese hohe Korrelation ist auch mit intelligenten Photonen, also Menschen, nicht hinzukriegen. Und auch nicht in der Mathematik. Die Leute können sich vor dem Experiment auf verschiedene Strategien einigen. Also wenn ich die Frage bekomme, dann gebe ich die Antwort. Die sprechen sich ab. Sie wissen ja, die drei Fragen. 0 Grad, 30 Grad, 60 Grad. Und ich will möglichst diese Korrelation hinkriegen. Also wenn ich diese Frage kriege, antwortest du mit der Frage und so weiter. Es gibt also verschiedene Strategien. Und bei der Wiederholung, also es wird ja tausendmal wiederholt, die müssen immer wieder in den Sourceraum, sprechen sich wieder ab und so weiter, müssen sie sogar die Strategie wechseln, damit sie überhaupt eine Chance haben, eine vernünftige Korrelation hinzubekommen. Es lässt sich aber zeigen, dass die Testpersonen keine Chance haben, die spezielle Korrelation der Photonenpaare in einem EPR-Experiment zu erreichen. Und das kann man auch mathematisch beweisen, ohne jetzt die Menschen da zehntausendmal zu bemühen, das immer wieder zu machen. Das ist die weltliche Ungleichung. Zitat, höchstwahrscheinlich aus diesem Buch, Philosophie der Quantentheorie, höchstwahrscheinlich ist es so, dass sie die Photonen nach Verlassen der Quellen doch nicht miteinander kommunizieren. Nein, doch, 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 doch noch, nicht nicht. Doch noch miteinander kommunizieren. Es muss, also sagen die Leute in dem Text, bin mir nicht so sicher, ob das richtig ist. Aber die Meinung ist, es gibt diese spukhafte Fernwirkung, die Einstein so abgelehnt hat, sie kommunizieren. Es ist ja Kollaps der Wellenfunktion. Es muss irgendwas geben, was die Überlicht schnell darüber informiert, was an dem anderen Teilchen gemessen wurde. Sonst können wir es nicht verstehen. Quantenmechanik sagt einfach Kollaps der Wellenfunktion. Ja, also, so nach der Devise frisst oder stirbt. Also, das sind ein paar Worte. Ja, so ist es. Ist aber irgendwie unbefriedigend. Ja. Okay, vielleicht noch zur Veranschaulichung. Hier gibt es dieses schöne Bild hier, oder schön, ja, also dieses Bild aus Wikipedia. Hier unten ist das Commons Wikimedia und da ist der Richard Gilles als der Urheber angegeben. Und die klassische Korrelation, hatte ich ja schon mal gesagt, was wir also gut verstehen können, ist, bei Parallelstellung ist es zu 100% korreliert. Bei Antiparallelstellung, also genau 180 Grad, das geht hier von 0 bis 360 Grad für die Stellung der beiden Analysatoren. Da kriege ich die Antikorrelation minus 1, das geht hier also von plus 1 bis minus 1 und bei 90 Grad Versatz, also 90 oder 270 Grad, da kriege ich eben keine Korrelation, ist die Korrelation 0. Das heißt, wenn ich hier Spinnen abhabe, kriege ich in der anderen 90 Grad gedrehten Richtung, halbe, halbe Wahrscheinlichkeit für die beiden Möglichkeiten. Der Witz ist jetzt hier bei drei Einstellungen, dass ich hier in diesem Übergangsbereich bin. Und da haben wir die rote Kurve, das ist der beste klassische Fall, den man sich vorstellen kann. Das kann man also mit Menschen hinkriegen. Da haben wir hier eine Korrelation von 0,5 oder Antikorrelation von 0,5 bei jeweils 30 Grad oder 30 Grad oder 60 Grad. Das kriegt man hin. Aber die Korrelation ist im Quantenfall mit den Photonen ist höher. Und zwar eben nur bei 30 Grad und bei 60 Grad. Bei 0 und 180 Grad gibt es keinen Unterschied. Ne, was habe ich gesagt? Bei 0, 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad und 360 Grad habe ich keinen Unterschied zum klassischen Fall. Der Unterschied, wo ich unterscheiden kann, habe ich verborgene Parameter oder nicht, den finde ich bei den Zwischenständen. Bei 30 Grad und bei 60 Grad. Und da habe ich einen deutlichen Unterschied, der ist sogar recht beträchtlich hier, das ist die Hälfte und das sind 75%. Die Korrelation ist im Quantenfall höher bei den krummen Winkeln. Und das zeigt mir, das ist die bellische Ungleichung, das zeigt mir, dass es keine verborgenen Parameter gibt, die da als Erklärung herhalten können. Also wie gesagt, ganz einfach mit Menschen machen, kriege ich es auch nicht hin. Jedenfalls nicht für diese krummen Winkel. Ja, das ist das Wesentliche der ganzen Angelegenheit. Also das war das Ergebnis. Wie lange habe ich jetzt geredet? Etwas über eine Stunde. Ich komme jetzt noch zu den Überlichtergebnissen. Das ist das Ergebnis. Was ist da los? Also es gibt inzwischen eine Messung, die habe ich jetzt nicht in der Vorlesung, da war ich mir nicht so ganz sicher, wie ernst zu nehmen die ist, aber die Chinesen haben da, chinesische Wissenschaftler, sogar so ein Koinzidenzexperiment mit dem Satelliten gemacht, haben also ein Armbar eben hoch zum Satelliten in der geostationären Umlaufbahn und wieder zurück. Also das sind 40.000 Kilometer in einer Richtung. Also eine ganz lange Strecke und haben trotzdem diese Korrelation hingekriegt, also Quantenteleportation. Die wollten nicht einfach bloß diese lange Strecke beweisen, dass es trotzdem geht, ist unabhängig von der Entfernung, sondern das hat auch was mit dieser Quanteninformation und dem Übertrag von Quanteninformationen mit solchen Quantencomputern, der dann abhörsicher ist, zu tun. Darum ging es eigentlich. Aber sie haben jedenfalls so ein Experiment mit einem Satelliten gemacht. Also von der Erdoberfläche hoch zu einem Satelliten, das ist eine riesige Entfernung. Also, die beiden verschränkten Teilchen sind in einem gemeinsamen Quantenzustand, auch wenn sie Lichtjahre getrennt sind, der Meinung. Das haben wir natürlich noch nicht getestet. Möglicherweise existieren die Teilchen vor der Messung nicht, meine Aussage, sondern nur der expandierende gemeinsame Zustand. Es ist so, wenn ich einen Zustand präpariere mit zwei Teilchen und ich messe nicht, wie viele Teilchen da drin sind, präpariere ihn nur, dann habe ich vielleicht die Energie definiert und sowas. Aber es ist noch nicht ein Eigenzustand der Teilchen, sondern dazu müsste ich die Teilchenzahl messen. Und der Teilchenzahloperator vertauscht glaube ich nicht, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, bei der Lichttheorie mit dem Energieoperator muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber es kann sein, bei einer Down-Conversion, dass trotzdem die Teilchenzahl schon ein scharf definierter Wert ist. Kommt eben sehr auf den Labormechanismus an, mit dem ich diesen Zustand präpariere. Auf jeden Fall habe ich zunächst mal nicht die Teilchen, solange ich sie nicht gemessen habe, sondern tatsächlich habe ich einen Zustand, der mit der Geschwindigkeit der Teilchen expandiert in beide Richtungen und der natürlich dann diese Erhaltungssätze, Impulserhaltung, Drehimpulserhaltung erfüllen muss. Also eigentlich habe ich erst mal nicht diese Teilchen. Die habe ich erst, wenn ich die Teilchen nachweise. Dann überführe ich das System in einem Eigenzustand der Teilchenzahl. Okay, also zunächst mal ist es ein diffuser Zustand, der sich ausdehnt nach der Lehrmeinung der Quantenmechanik. Durch die Messung an einem Arm wird das andere Teilchen schlagartig in einen Eigenzustand des Messoperators dieses anderen Teilchens versetzt. Schlagartig, keine Zeit. Das wäre das, was die Quantentheorie sagt. Nachweis ist durch Korrelationen mit der Messergebnisse der beiden Arme. Ich kann auch an beiden Armen messen und kriege genau diese Korrelationen mit 30 Grad, 60 Grad und so weiter raus. Und ich kann auch gucken, ob da ein Zeitversatz dazwischen ist. Also ab wann diese Korrelationen dann sichtbar werden. Weil ich ja weiß, wann die beiden Teilchen da sind und ich messe das. Und wenn da gar kein Delay ist, sondern sofort die Korrelation da ist, dann ist die Ausbreitung dieser Kollaps der Wellenfunktion schlagartig. Es gibt keine denkbaren, verborgenen Parameter. Das kann man eben mit Menschen nachweisen. Es gibt keine Möglichkeit für die Photoninformationen mitzunehmen, um dann richtig zu reagieren, welche Ungleichung. Verbleibende Frage, wie schnell ist der Kollaps der Wellenfunktion? Also wir haben jetzt nur den Formalismus der Quantenmechanik zu 100% bestätigt. Das einzige, was noch fehlt, wäre der Zeitversatz. Der sollte aber instantan sein, jedenfalls nach der Kopenhagener Interpretation, unabhängig von der Distanz. Ja, und das gibt es. Also hier haben wir ein Paper von 2008 und die haben hier gemessen, das ist Hugo Zbinden, ich nehme an, der letzte hier ist vermutlich der Gruppenleiter, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, also muss man das Originalpapier anschauen. Testing the Speed of Spooky Action at a Distance, also die spukhafte Fernwirkung. Das ist ein Paper in Nature, August 2008 und sie sagen hier unten im Abstract, also man muss das lesen, wenn man das verstehen will, wie das genau gemessen wurde und es ist eben sehr wichtig in der Quantenmechanik, dass man exakt definiert, wie man das misst. Man macht sehr leicht Fehler. At least four orders of magnitude. Also sie meinen, es sei mindestens vier Größenordnungen schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Also sie können nicht mehr sagen, weil es immer Messfehler gibt. Also viermal so. Was sind vier Größenordnungen? Eine Größenordnung ist 10, 2 sind 100, 3 sind 1000. 10.000 mal schneller als die Geschwindigkeit des Lichtes. Um das zu messen, da muss man also schon verflixt gute Zeitauflösungen haben und innerhalb des Fehlerbarkens ist auch 0, also unendliche Geschwindigkeit. Ja, dann haben wir hier das gleiche, also die gleiche Physik, aber diesmal nicht mit Photonen, das waren gerade Photonen, diesmal mit Elektronen gemessen, also mal mit anderen Teilchen. Der Unterschied ist, dass Elektronen eine Ruhemasse haben. Und hier geht es eben um die Spins. Und haben sie eine Distanz von 1,3 Kilometern. Hier wurde nicht die Zeit gemessen, aber hier ist es dasselbe. Loophole free, das heißt sie haben versucht, dass es kein Schlupfloch gibt, wo es doch irgendwie einen Mechanismus geben könnte im Rahmen der normalen Physik, im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantentheorie, ne nicht der Quantentheorie, aber der normalen klassischen Physik, dass die beiden Teilchen nicht doch irgendwie miteinander kommunizieren können. Das heißt Loophole free, es wurde also alles ausgeschlossen, was irgendwie die Korrelation anders erklären könnte als durch den Kollaps der Wellenfunktion. Bell inequality, welche Ungleichung wurde geprüft, Violation, ja es ist eine Violation, also die welche Ungleichung gibt an, wie die Korrelation maximal sein kann auf der Basis der normalen Physik. Und wenn die verletzt wird, Violation, dann haben wir es eben mit dieser merkwürdigen Quantentheorie und dem Kollaps der Wellenfunktion zu tun. Using electron spin separated by 1.3 km, ebenfalls ein Nature Papier. Nature und Science sind die beiden führenden Fachzeitschriften in der gesamten Wissenschaft, nicht bloß in der Physik. Dann haben wir hier ein anderes Paper in Physical Review Letters, das ist vielleicht die höchste Zeitung in der Physik und das ist von Anton Zeilinger, den werde ich nachher nochmal erwähnen, da mache ich glaube ich nochmal extra eine Zusatzvorlesung, der hat ein phänomenales Papier zur Erklärung dieser Phänomene produziert. Das geht da eigentlich ziemlich in die Philosophie rein. Er hat hier nochmal, das ist ein längeres Papier, das kann ich noch nicht mal zusammenfassen, aber ich will es mal erwähnen, von 2015 signifikant, loophole free test of Bell's theory with entangled photons. Also hier nochmal der Beweis, es ist nicht lokal. Instantankollaps der Wellenfunktion heißt nicht lokal und das bedeutet, welche Ungleichung ist verletzt. Das hat er hier nachgewiesen. Also alle möglichen anderen Erklärungen, die man noch haben könnte, ausgeschlossen, meint er jedenfalls. Also er hat alle Kritik an diesem Experiment, das ist alles Quatsch, das ist nicht überlegt, hat er ausgeschlossen in diesem Papier. Sehr sorgfältiges Papier. 2013, For Orders of Magnitude, das sind diese Leute ja aus China, die Chinesen sind da ziemlich aktiv. Ich hatte erwähnt, es gibt ein neues Papier, ich glaube aus 2015 oder so, mit so einem Satelliten, also eine ganz lange Distanz, aber auch hier wieder eine Messung, For Orders of Magnitude of the Speed of Light, also praktisch instantan oder eben eminent schnell. Und hier haben wir noch 2019 relativ neues Papier, Experimental Test of the Collapse Time of a Delocalized Photon State und die sagen hier ziemlich genau gemessen, 1550 mal die Geschwindigkeit des Lichtes oder weniger. Also das ist at least, glaube ich. Lower Limit, das ist das untere Limit, das könnte auch schneller gewesen sein, weil man eben mit der Messgenauigkeit, die man hat, nicht messen kann, wenn was unendlich schnell ist. Also man kann nur immer näher an unendlich schnell, also Zeitversatz praktisch null heranmessen. Ja, das ist also hier das Ergebnis dieser ganzen, es gibt noch mehr Papers, aber ich hatte jetzt ein paar ausgewählt, um zu demonstrieren, dass ich hier nicht einsam und alleine in meinem Videostudio hier vor mich hinfasele und irgendwelchen Quatsch von Überlichtgeschwindigkeit erzähle, sondern dass da eine ganze Menge Leute auch in den letzten Jahren, also nicht nur 1935, als das losging, sondern auch 2015 und 2019 dran gearbeitet haben und vielleicht gibt es auch noch Neuropaper, also ich habe jetzt nicht alles gescannt bei der Suche, sondern nur die wichtigsten Sachen mal zusammengesucht oder die auffälligsten, die man eben beim Suchen eben findet, auch mal umzuzeigen, dass da aktuell daran geforscht wird. Es ist ungelöst, das Problem. Ja, also es gibt eine spukhafte Fernwirkung, sie betrifft verschränkte Quantenobjekte. Materie, Energie und Information werden nicht übertragen. Es ist kein Verstoß gegen die allgemeine Relativitätstheorie. Ja, das muss man sich allerdings noch mal genau überlegen. Es ist also wirklich so, dass lediglich ein Zustand eines Zeichens in einen anderen Zustand umgewandelt wird und dabei wird keine Information übertragen. Das geht nicht. Darüber muss man dann wieder relativ lange nachdenken, dass da keine Information übertragen wird. Denn wenn das so wäre, wäre es ein Verstoß gegen die allgemeine Relativitätstheorie und das geht überhaupt nicht. Jedenfalls haben wir noch nie einen Verstoß gegen die beiden Relativitätstheorien von Albert Einstein gefunden. Das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich. Sie ist vielleicht zeitlos. Ich denke, aufgrund der Symmetrie dieses Experiments, die beiden Arme sind gleichberechtigt, kann nicht der eine Arm später kommen als der andere. Aufgrund der Symmetrie kann man fast sagen, es muss wohl zeitlos sein. Das würde ich jetzt mal ganz dilettantisch von mir geben. Und da gibt es auch ein Paper dazu, das habe ich jetzt aber nicht im Detail durchgelesen. Die sind immer ziemlich abgehoben, diese Papers. Da ist jedenfalls im Abstract drin, dass sie beweisen können, dass es keinen Zeitversatz geben kann. Denn dann gibt es irgendein logisches Problem. Das heißt, es ist wahrscheinlich zeitlos. Zeitdifferenz null. Es tritt instantan ein. Und es gibt eben keine, was die Philosophen ontologisch nennen, keine verstehbare Erklärung. Außer diese Worte aus der Quantentheorie. Es ist der zeitlose Kollaps der Wellenfunktion. Ja, klasse. Sowas freut einen doch. Ja, dann gibt es noch die Frage, wenn ich da, ich kann ja dann Gleichzeitigkeit definieren an verschiedenen Raumpunkten, die aber relativ weit auseinander sind. Da könnte ich doch Gleichzeitigkeit definieren. Kann ich das? Und dann kam man auf die Idee, das bedeutet, ich habe irgendwie im Universum mit diesem komischen Koinzidenzexperiment die Möglichkeit, verschiedene Punkte im Raum als gleichzeitig zu definieren. Also gibt es da vielleicht ein, ein Inertialsystem, also ein Geschwindigkeitssystem, was eine absolute Zeit, wo alles gleichzeitig ist, definiert. Also unabhängig von den lokalen Zeitverschiebungen durch Gravitationsfelder, weil in einem Gravitationsfeld vergeht die Zeit ja langsamer. Also gibt es vielleicht ein, doch sowas wie ein Äther und eben ein Inertialsystem, ein Bezugssystem, in dem alles in Ruhe ist und alles ist gleichzeitig und die Welt ist wieder normal. Also wir haben wieder ein Bezugssystem, wo alles gleichzeitig ist. Ja, danach haben auch Leute gesucht, die haben sogar Experimente aufgebaut, die in Ost-West-Richtung auf der Erdoberfläche aufgebaut waren und dann dreht sich die Erde einmal drum zu in 24 Stunden und dann müsste man ja sozusagen Zeitversatz messen, wenn es dieses Inertialsystem gibt. Also ein Äther ist eigentlich wieder die Suche nach dem Äther, ist fehlgeschlagen. Ich glaube auch nicht, dass man ein absolutes, das ist mein Glaube, ich kann das jetzt nicht beweisen, da braucht man irgendwelche superschlauen Experten, Theoretiker dazu, aber ich denke nicht, dass man dazu ein absolutes Inertialsystem gibt. Als erstes würde es, glaube ich, das Photonenbad der kosmischen Hintergrundstrahlung geben, die ja tatsächlich wenigstens Geschwindigkeit Null definieren, aber es gibt eine absolute Geschwindigkeit Null im Kosmos. Es hat aber erstmal noch nichts mit der Zeit zu tun, aber das wurde nicht bestätigt, das absolute Inertialsystem. Aber das sind so Gedanken, die die Leute haben, wenn sie sich mit dieser sehr rätselhaften Erscheinung auseinandersetzen. Und so, jetzt muss ich mal gucken, ah, ich habe noch ein bisschen Zeit, gehe noch ein bisschen weiter. Also, EPR-Experiment, es gibt eine spukhafte Fernwirkung und keine verborgenen Parameter. Also, wir haben immer noch keine Erklärung, es ist einfach, klappt irgendwie nicht, außer, dass diese Quantenmechanik sowieso komisch ist und man heftet es ab, es ist komisch, aber wir haben die Mathematik, die uns die richtigen Vorhersagen liefert, wir haben die Naturgesetze aufgeschrieben und damit ist ja alles gut. Ja, ja, aber wir haben sie aber nicht verstanden, wir haben sie nur aufgeschrieben. Spekulation ist eine solche Unstimmigkeit, das ist jetzt von mir, nicht als Zeichen für die Existenz einer Realität, jenseits der bisher von der Physik erfassten Realität. Also, gibt es da, ist es nicht so, dass wir jetzt irgendwas Fundamentales so gar nicht kapiert haben. Also, zwei Teilchen relativ weit voneinander entfernt, die aber verschränkt waren, schnacken im selben Augenblick in irgendwie den gleichen Zustand, was wir uns mit allem, was wir bisher uns vorgestellt haben, von der Realität außerhalb unseres Geistes, ja, schnacken die schlagartig in den gleichen Zustand, kann gar nicht sein. Und wenn so eine Unstimmigkeit auftritt, dann würde ich denken, okay, das heißt ja, da haben wir irgendwas so vollkommen überhaupt nicht kapiert, ja, so wie wenn, es gab mal so einen Schwarz-Weiß-Film, ein Mann geht durch die Wand. Ich glaube, war das nicht Heinz Rühmann oder jedenfalls ging da ein Mann durch die Wand. Der konnte natürlich dann in Bank-Tresore, also die Tresore waren früher so Begeh-Bahne mit so einer dicken Tür und dahinter waren die ganzen Goldbarren und der konnte eben durch die Wand gehen. Ich weiß allerdings nicht, ob, wenn er wieder rausgegangen ist, er die Goldbarren mitnehmen konnte. Also, jedenfalls, er konnte durch die Wand gehen. Wenn man so ein Phänomen hat, ein Mensch kann durch eine Wand gehen, wegen mir nur einer und das ist aber nachweisbar, da würde man denken, ja, das stimmt jetzt aber irgendwas fundamental nicht mit unserer Physik, weil das kann man eben so gar nicht erklären. Das passt nicht. Da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Und das ist jetzt auch so ein Ding, aber jetzt in der Realität, nicht in einem Hollywood-Film. Wir haben ein Phänomen, was wir zwar vermessen können, wir können genau vorhersagen, was zu passieren hat, passt in die Goppenhagener Interpretation der Quantenmechanik, aber wir verstehen es eben überhaupt nicht. Also, gar nicht. Es passiert einfach, aber, ja, keine Ahnung, was da los ist. Ein Beispiel, und das ist mir jetzt mal so eingefallen, ich weiß, es ist ein bisschen provokant, muss ich zugeben, ja. Aber es gibt auch in der Kosmologie, gibt es die Stringtheorie, und die arbeitet ja mit elf Raumdimensionen, oder 13, das war so ein bisschen unscharf. Da gibt es auch bei der Zahl der Dimensionen gibt es da so eine unscharfe, also verschiedene Theorien. Ich glaube, es war Stringtheorie. Die braucht auf jeden Fall, damit ihre Theorien konvergieren, irgendeine vernünftige Aussage machen, brauchen sie mehr als die normalen drei Raumdimensionen und die Zeit. Und sie arbeiten irgendwie mit elf oder 13 Dimensionen mit oder ohne Zeit. Also jedenfalls viel mehr als die normalen Dimensionen. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, wenn das stimmt, dass wir weitaus mehr Dimensionen in der Realität draußen haben, wir kriegen aber irgendwie nur als beschränkte Wesen die drei Raumdimensionen und die Zeit mit. Da müssen wir uns ja nicht wundern, wenn es da Phänomene gibt, die vielleicht in unserer beschränkten Dimensionalität auftreten, wir aber ohne die zusätzlichen Dimensionen überhaupt nicht erklären können. Beispiel. Zweidimensionale Wesen würden Eingriffe von außerhalb ihrer zwei Dimensionen als spukhaft wahrnehmen. Und da habe ich auch ein Bild dazu gemacht. Also das jetzt nur mal so als geistige Animation. Nehmen wir an, wir sind ein zweidimensionales Lebewesen. Ich habe mich bemüht, hier ein zweidimensionales Strichmännchen zu zeigen, das ja so gestaucht aussieht, wenn es in der liegenden Ebene, hier das ist meine liegende Ebene, wir gucken da auch leicht von oben drauf, also nicht genau von oben, sondern im schrägen Winkel. Deswegen ist das Männchen so gestaucht. Und hier gibt es zwei Kreise. Die Kreise sind nicht verbunden. Das ist nichts für das zweidimensionale Wesen. Das ist nichts dazwischen. Und trotzdem ist es so, wenn jetzt unser Wesen hier, zweidimensionale Wesen, wenn das an dem einen Kreis schiebt, dann schiebt es den anderen Kreis mit. Die haben konstanten Abstand. Und das Männchen hier, das zweidimensionaler hat keinen Plan. Wieso haben die einen festen Abstand und sind offenbar korreliert? Und wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das sein kann, weil es gibt ja keine Verbindung in dem zweidimensionalen Raum. Also von mir aus dreidimensional, wenn man die Zeit mit dazu nimmt. Und ich habe hier mal so einen blauen Bogen gespannt. Das ist also eine Verbindung über die dritte Raumdimension, die dem Wesen unbekannt ist. Ich könnte also ohne weiteres über die Annahme höherer Raumdimensionen eine Korrelation feststellen, die also für ein niederdimensionales Wesen vollkommen unerklärlich ist. Also das wäre ein Erklärungsansatz von mir. Eine Verbindung der beiden Kreise, die es nicht geben kann. Jedenfalls nach Ansicht des Bewohners der zweidimensionalen Welt. Finde ich irgendwie eine gute Spekulation. Und dass wir höhere Raumdimensionen haben könnten in der totalen Realität. Also nicht dem, was wir hier die ganze Zeit nur wahrnehmen können. Man kann auch erklären, warum wir nicht andere Raumdimensionen, sollte es sie wirklich geben, wahrnehmen können. Aber dass es sie mal geben könnte, das liegt ja schon in dieser ganz einfachen Frage, so begründet, was war vor dem Urknall? Oder was war denn überhaupt mit dem Urknall? Die kann man ja auch nicht beantworten. Und das mit dem Urknall und den ganzen Zusammenhängen, auch dem maßgeschneiderten Universum. Das Universum hat ja ganz komische Naturgesetze. Also wir kennen ja nur diese eine Sorte Universum mit dieser einen Sorte Naturgesetze. Aber wieso sind die denn so? Und da gibt es auch Theorien, das zu erklären. Wieso sind die Naturgesetze so, wie sie sind und die Naturkonstanten? Aber da kommt man schnell zur Annahme von höheren Raumdimensionen. Ja, ist natürlich Spekulation, muss ich zugeben. Aber ist nicht das Faszinierende der Wissenschaft, der Abenteuergeist, als Kolumbus da ins Meer losgeflogen, nicht so hatte er doch eine Idee. Da könnte noch ein Kontinent sein. Und bestimmt haben 99% der Leute gesagt, da hat sie nicht mehr alle. Da ist nur Wasser oder der Abgrund ins Nichts oder sonst was. Aber da war Amerika. Man braucht Visionen, Ideen, Gedanken, Kreativität, um ins Neue vorzustoßen. Insbesondere in der heutigen, geradezu erschreckend profanen und visionslosen Zeit, finde ich jedenfalls so. Ich finde das faszinierend. Vielleicht ist es ja Quatsch, aber nur aus solchen Visionen heraus gibt es dann doch mal ab und zu mal was Neues. Ja, und was Neues, das schaffe ich jetzt heute nicht mehr. Ne, jetzt habe ich noch acht Minuten und ich muss ja nicht jedes Mal überziehen. Das geht noch ein bisschen weiter. It from bit. Das führe ich jetzt aber noch ein und ich möchte noch ein etwas mittellanges Paper von Anton Zeilinger zu genau diesem Phänomen, wo es auch, ja, wo es um eine Erklärung von dem EPR-Paradoxon geht. Er erklärt das die Verschränktheit auf eine ganz andere Art zu meinem Leidwesen innerhalb der vierdimensionalen Raumzeit. Bin ich jetzt irgendwie frustrierend, weil dann ist meine schöne Vision weg von den höheren Raumdimensionen. Aber nichtsdestotrotz ist seine Vision also mindestens genauso erschreckend wie die Annahme von der Existenz höherer Raumdimension. Das schaffe ich aber diesmal nicht. Aber ich will mal eine Einführung geben und zwar geht es mir um das Schlagwort it from bit. Das also etwas ist aus Information. Es gibt einen Teil, ich glaube es sind theoretische Physiker, die sind der Meinung, dass nicht Materie, also irgendwelche Kullern, die an irgendwelchen Orten mit irgendwelchen Geschwindigkeiten unterwegs sind, unabhängig von unserem Geist, dass die die Grundlage der Realität sind, sondern die Grundlage, die wirkliche Grundlage der Realität ist Information. Und in unserem EPR-Experiment geht es ja auch um die Information. Ich messe den Spinn eines Zeichens an einem Ende dieses Koinzidenzarms und in dem Augenblick ändert sich der Zustand an einem anderen Ende. Da geht es um Information. Und möglicherweise ist die Information in der Natur außerhalb unseres Geistes, hat eine viel größere Bedeutung, als wir es bisher dachten. Wir dachten ja eigentlich die Physik ist eine Beschreibung der Natur und in der Natur außerhalb des Lebens, also im Leben gibt es ja schon Information, bei Lebewesen, aber ohne Lebewesen gibt es keine Information. Und vielleicht ist das aber nicht ganz richtig. Und da möchte ich Albert Einstein in den letzten Minuten hier zitieren. Every two true theorists. Ja, ich bin Experimentator. Da fühle ich mich jetzt ein bisschen beleidigt. Ja, also weil ich kann auch spekulieren und ich kann auch Fantasie entwickeln. Aber jetzt geht es um die Theoretiker. Every true theorist is a kind of tamed metaphysicist. Also jeder wahre theoretische Physiker ist ein gezähmter Metaphysiker. Ja, und er hat auch gesagt, das ist auch von Einstein, glaube ich, there exists a passion for comprehension. Es gibt eine Leidenschaft für das Verstehen. Es ist so, wir haben diese Quantenmechanik, also den mathematischen Formalismus, der sagt uns die richtigen experimentellen Ergebnisse voraus. Also auch die Korrelation in diesem EPR-Experiment. Ja, aber es ist ja unbefriedigend. Und ich habe auch diese Leidenschaft, glaube ich, also obwohl ich schon älter bin, werden gleich sehen, dass wenn man älter ist, hat man die nicht mehr. Ja, jedenfalls most people. Ich will das verstehen. Das ist ja frustrierend, dass man, ja, Mathematik sicher, ich kann es ausrechnen, kommt die Korrelation raus. Aber was ist das denn? A passion for comprehension just as there exists a passion for music. Ich weiß nicht, ob man die Leidenschaft für Physik wirklich mit der Leidenschaft für Musik vergleichen kann. Also wenn man im Konzertsaal sitzt als Zuhörer, ist man ja passiv, man hört zu. Oder meint er damit die Komponisten und Spieler? Also dann vielleicht schon. Als Physiker ist man aber nicht Zuhörer. Als Physiker sind immer Leute, die Physik machen und nicht Physik zuhören. The passion is rather common in children. Ja, also what gets lost in most people later on? Also die Leute später gewöhnen sich dran. Und ich habe mich eben auch an das EPR-Paradoxon gewöhnt, allerdings in der festen Überzeugung, dass sie natürlich eine Lösung finden. Haben sie aber nicht. Und jetzt bin ich also wirklich verärgert. Die haben das nicht rausgekriegt, was da los ist, weil ich wollte eine Erklärung haben und nicht nur eine Formel. Ja, aber dem schließe ich mich an. Es gibt eine Leidenschaft für Verstehen und diese Leidenschaft für Verstehen ist der primäre Antrieb von Innovation. Ja, und jetzt muss man allerdings sehr aufpassen. Habe ich immer noch Zeit? Ja, also ich mache dann dieses Paper vom Zeilinger. Das ist ja ein bisschen, das ist noch schwieriger. Wenn man dachte, das war jetzt schwierig, dann wird es mal richtig schwierig. Aber trotzdem wichtig, es geht um die Existenzhöhe Raumdimensionen oder um was ganz Verrücktes, wahlweise. Zeitgeist und physikalische Theorien, da gibt es doch einen Zusammenhang. Und jetzt kommen wir eben zur Bedeutung der Information als Grundlage der Realität. In der Frühphase, was auch immer das war, unsere Naturwissenschaft, also nicht der Alchemie, die Uhr als Abbild göttlichen Wirkens. Als die Menschen Uhren erfanden, in Europa zumindest vor rund 1000 Jahren, da gab es diese Kirchturmuhren, die waren nicht deswegen im Kirchturm, weil sie so schön hoch ist, sondern weil die Uhr als Maß der Zeit und auch diese Zahnräder, dieses Ablaufen, dieses Vorhersagbare, so wie die Planeten, wenn die Sonne aufgeht, die Sonnenfinsternis, das war alles vorhersagbar. Das war ein Abbild des Wirken Gottes. Und man war der Meinung, das ganze Universum ist eine Uhr. Und in der Tat, also das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber diese Kirchturmuhren oder Uhren überhaupt, waren was ganz Wichtiges, also in der Wahrnehmung der Menschen über vielleicht diese 1000 Jahre. Also das göttliche Wirken als die Uhr. Und deswegen dachten alle, das Universum ist auch eine Uhr. Da hatten wir die klassische Physik, die Annahme, das Universum ist ein Uhrwerk und die Zukunft liegt fest. Determinismus. Geht alles nach festen Regeln. Wenn ich alles kenne, weiß ich genau, was in 10.000 Jahren passieren wird. Ja, das war der Zeitgeist. Die Uhr war was Tolles. Was hatten sie nun gerade erfunden? Ja, und dann kam die Dampfmaschine. Industrielle Revolution. Da war alles mit Wärme verbunden. Alles war warm und kühlte ab. Ja, Wärme kühlt ab. Und dann Entropiezunahme. Und was ist die Physik, was hat die Physik damals gedacht? Entstehung im heißen Urknall. Ja, Dampfmaschine. Wärmetod des Universums wird immer kälter. Dampfmaschine. Und dann Entropiezunahme als Grundgesetz. Entropie nimmt zu und alles wird irgendwie kalt und tot. Also genau was mit der Dampfmaschine, wenn man keine Kohle mehr reinschaufelt, auch passiert. Da gibt es also eine Ähnlichkeit zwischen den grundlegenden physikalischen Theorien und dem aktuellen Zeitgeist, genauer gesagt der neuesten Erfindung. Ja, jetzt kann man dreimal raten, was wir heute haben. Heute haben die Leute den Computer erfunden. Jeder hat ein Handy und die theoretischen Physiker haben diese Großrechenmaschinen. Digitalisierung, ja, also Computerzeitalter. Darstellung der Realität in Pixeln. Wir haben eine Quantisierung unseres Weltbildes. Alles ist in Elektronen, also es sind einzelne Elementarteilchen. Also alle Materie ist digitalisiert, also in Pixeln. Die Pixel sind meine Elementarteilchen. Und es geht noch weiter. Wir haben jetzt eine Entwicklung der Quantentheorie als Informationstheorie. Und das ist eben John Wheeler's It from Bit. Dass also alles aus der Information entspringt und dass auch die Teilchen und die ganze Realität ihre Grundlage haben, auch die Raumzeit in der Information. Die eigentliche Grundlage der Welt ist die Information, sagt John Wheeler mit seinem Wahlspruch It from Bit. Den will ich mich jetzt nicht unbedingt anschließen. Das ist so ein bisschen, ja, aber es ist jedenfalls beachtenswert, insbesondere wenn man keine Lösung hat für das EPR-Paradoxon. Das ist John Wheeler. John Archibald Wheeler, 2008 gestorben. Er ist 97 Jahre alt geworden, ungefähr. Also weiß ich nicht genau, was das Geburtsdatum ist, aber die Differenz ist 97. Also ist schon ordentlich alt und sehr nachdenklich. Ich lese das hier unten mal vor. Das stammt ja aus einer Zeitung, The Marginalian. Da habe ich ja sehr schöne kurze Artikel gefunden über so ein paar wichtige Sachen zu diesem Thema. Zeit ist rum. Ich lese das unten noch vor. John Archibald Wheeler in 1987, with Einstein's portrait hanging prominently in his office. By the time of his death, Wheeler was last living link to Einstein, Niels Bohr, with both of whom he had collaborated directly. Er hat sehr viele Grundlagen, zum Beispiel den Begriff schwarzes Loch hat er geprägt, sehr viele Grundlagen geschaffen für unser modernes physikalisches Weltbild. Und er kam nach sehr langem Nachdenken dazu, dass Informationen, unabhängig von unserem Geist, Informationen draußen in der realen Welt, auch in der Welt des ganz Kleinen, in der Quantenwelt, eine viel größere Rolle spielt oder überhaupt eine Rolle spielt, als wir es bisher gedacht haben. Und wenn jemand so schlau ist, wie John Wheeler sowas sagt, dann wäre ich mal sehr vorsichtig, wenn ich damit das zu verurteilen als Fantastereien. Das ist schon ganz schön schlau. Und ich will dann darauf mal eingehen und in der nächsten ersten Hälfte der Doppelstunde, aber ich muss dann mal mit den Gesetzen zu Ende kommen, ich bin da nur gerade so begeistert von, will ich noch einen Artikel von Anton Zeilinger darstellen, wo er eben eine Erklärung gibt oder versucht zu geben, aufgrund von informationstheoretischen Überlegungen zu diesem EPR-Experiment, wie es denn sein kann, dass wir da so eine instantane, spukhafte Fernwirkung haben. Das ist dann aber der Schluss, dann komme ich weiter, tatsächlich wieder zurück zu meiner Nano-Vorlesung. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.